Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht. Die Oscars haben ein erstes Skandalchen, die Golden Globes wurden nominiert, John Woo hat einen neuen Film gemacht und wir müssen ein paar Worte zum Thema Fantasy-Film verlieren. Viel Spaß bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kleinen, feinen Plauderrunde hier bei Kino Plus. Heute mit Andi und mit Eddie und mit meiner Wenigkeit. Und wir haben, ja, entspannte Themen vor uns, würde ich sagen, beziehungsweise laberreiche Themen vor uns. Und auch zur Weihnachtszeit und so. Spannung, Spannung, Blabern. Ja, dann können wir nämlich direkt einfach loslegen mit dem, was ihr zuletzt gesehen habt. Und da bin ich interessant, weil ich weiß, was ihr zuletzt gesehen habt, zumindest im Kino. Ich war leider nicht dabei, ich konnte nicht. Aber ich bin ... Ich hab schon ein bisschen was im Forum gelesen, Eddie, beziehungsweise im Internet wurde schon ein bisschen geteilt, was du gesagt hast. Hast du was schon gesagt dazu? Was? Nicht so wirklich viel. Ich wollte gerade sagen, so ein paar Punkte müssen erwähnt werden, lieber Etienne, zu dem Thema. Godzilla! Godzilla im Kino. Wie heißt das? Jinjina. Godzilla minus one. Ja, aber wie sagen die Japaner zu Godzilla? Godzilla. Godzilla. Godzilla! Ja, auf vielfache Empfehlung und weil der Film so gehypt wird, hab ich mich entschlossen, und Andi auch, Godzilla minus one zu gucken, auf Japanisch mit Untertiteln. Englisch mit Untertiteln. Ja, auf japanisch mit englischen Untertiteln. Und ja, es ist eigentlich gar nicht so dramatisch. Das Problem ist halt einfach nur, dass ich sehr müde war. Und sehr laut hast du geschnarcht. Die Leute haben sich schon alle umgedreht im Kino. Und ich eventuell ein-, zweimal eingeschlafen. Und ich immer so, alter, schnarch leiser. Und tatsächlich angefangen hab, im Kino zu schnarchen. Du warst ein bisschen in den Unmut von den Sitznachbarn vielleicht. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Links von uns schon, die waren schon abgefuckt, dass wir nur uns da hinsetzen. Die hatten schon geguckt auf meine Nachos. So nach dem Motto, nicht so einer der Nachos ist. So, dann waren die Sitze, wir saßen in dieser Savoy-Reihe mit den nervigen Sitzen. Warum? Er hat gebucht. Ich hab gebucht, ich hab nicht drüber nachgelegt. Und ich finde, ich kann auf diesen Sitz nicht sitzen. Ich finde keine Position. Du hast jetzt keinen Festschalter. Du kannst nicht arbeitieren, ne? Du kannst nicht irgendwie, entweder du liegst so, dann drückt mir das aber auch hier so in die Achilles, weil der Achillesferse, Seele, Sehne. Deine Achillessehle. Sehne. Die Achillessehle. Das ist Etiens Achillessehle. Ja. Ja, und dann ... Die hat er aber auch schon wirklich sehr breit. Und dann ist das echt, dann klonkt das die ganze Zeit so und macht jedes Mal, wenn ich mich nach vorne ... Du mal hattest. Klonk. Und dann so, nee, auch ungemütlich. Klonk. Und dann hab ich überlegt, ich hab ja manchmal so Restless Legs. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn die Füße so kribbeln. Ja. Und oft ist das auch, wenn's mir zu heiß wird an den Füßen. Und dann hab ich gedacht, wenn ich jetzt die Schuhe ausziehe, dann gibt's Krieg im Kino. Egal. Kannst auch mit deinem Schuh dann Ratchos essen quasi. Käsesoße, während du schnarchst. Also, es war nicht mein stolzester Kinomoment. Und ich muss dazu sagen, ich hab aber auch jetzt nicht damit gerechnet, ich wusste nichts von dem Film, muss ich dazu sagen. Ich wusste weder in welchem Jahr, ich wusste nicht, was dieses Minus One bedeutet, gar nichts. Ich wusste nur geiler Godzilla-Film. Und dann hab ich ... Der letzte war ja der gegen King Kong auf dem Wasser. Nee, die haben ja nix mehr damit zu tun. Nee, aber das war trotzdem der letzte Godzilla-Film. Und da ging's ja eigentlich nonstop ab. So, und bei Godzilla Minus One muss man dazu sagen, der hat drei große Action-Pieces und dazwischen ist's sehr ruhig. Und sehr viel, ähm, so, sag ich mal, Charakter-Building und was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum viele den so feiern, dass es mal ein Godzilla ist, der ein bisschen mehr auf die Charaktere und die Situation und so weiter angeht. Jetzt muss ich sagen, das hat mich jetzt nicht so abgeholt. Das hat, das fand ich alles ein bisschen langweilig. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich einfach zu müde war. Und gerade bei diesen ruhigeren Szenen wirklich auch zweimal hart eingeschlafen bin. Und ich fand das eigentlich eine ganz coole Idee, dass man so ein bisschen aus dieser Ruhe heraus in diese Bedrohungsphasen kommt. Ja, also dass du nicht irgendwie ein Team, ein SWAT-Team hast, was irgendwie spezialisiert ist, um den Aus... Sondern dass du irgendwie so zwei, äh, so ein Pärchen hast, die da irgendwie strugglen an der Armutsgrenze und irgendwie versuchen, irgendwie, ähm, das Gesehene zu vergessen und irgendwie ihr Leben da zu gestalten. Und dann kommt Godzilla und stampft alles platt. So, das fand ich eigentlich von der Idee her ganz gut. Aber es hat mich auch so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich dann irgendwie gedacht habe, so nach jeder Action-Szene wieder eine halbe Stunde sind wir jetzt wieder da in dem kleinen, in dieser kleinen Hütte. Und er kocht einen Tee und liegt da und irgendwie so. Das war für mich so ein bisschen Achterbahnfahrt, die für mich nicht unbedingt dauernd funktioniert hat. Aber das ist wirklich unter Vorbehalt extremer Müdigkeit. Wenn ich jetzt wirklich noch mal wach wäre und so, dann könnte ich auch ein anderes Statement dazu sagen und sagen, ich finde das eigentlich geil, weil ich das interessant fand und das so geholfen würde. So, zu den Action-Szenen kann ich nur sagen, die fand ich richtig gut, weil die irgendwie mal so ... Also, ich kann's gar nicht genau sagen. Die waren irgendwie anders. Im Sinne von Godzilla war eher ungelenk. Ja, wirkte so ein bisschen fast schon altmodisch. Die Füße waren schon ein bisschen witzig, so im Klang. Aber auf der anderen Seite hatte der auch eine geile Bedrohung. So, irgendwie hab ich den mehr gefühlt, weil der nicht so ... Ja, der sah nicht so futuristisch, CGI-mäßig, Alien-mäßig aus, sondern du hattest wirklich das Gefühl, okay, der ist jetzt da und der stampft und plättet alles. Und du hattest so richtig das Gefühl, also, der ist eine richtig schlimme Bedrohung, ja? Du warst nicht einfach nur so, ja, okay, der hat das Setpiece kaputtgehaut, jetzt freu ich mich aufs nächste Setpiece. Sondern du hast, da gab's dann auch irgendwie, der hat irgendein Gebäude kaputtgemacht und die News-Leute auf nachher haben auch gesagt, ah, jetzt hat er das schöne Andenken dieser Stadt kaputtgemacht. Und du denkst dir so richtig, ah, Mann, dieser Godzilla, der nimmt den ja wirklich was weg, den Leuten da, ja? Also, der macht den ... Vor allem, was sie gerade wieder aufgebaut haben. Genau, nach dem Zweiten Weltkrieg so. Und, ähm ... Ja, das war so ... Natürlich diese Geschichte, dass er so ein Kamikaze-Flieger ist, wo ich dann auch drüber nachgehe, das ist eigentlich ... Ja, das ist nicht lustig, aber wenn du als Kamikaze-Flieger überlebst, hast du deinen Job nicht richtig gemacht. Ja, deswegen kriegt er doch so viel ... Also, der kommt zurück und anstatt, dass er bejubelt wird, oh, du hast den Krieg überlegt, Moment, bist du nicht Kamikaze-Flieger? Aber er ist ja, konnte ja nicht ... Es gibt ja einen Grund dafür, es war ja nicht so, dass er nicht wollte, sondern er hatte technische Probleme. Ich weiß, aber für meinen Joke ... ... ist es halt besser, wenn ich herausarbeite, dass es lustig ist, wenn Kamikaze-Flieger überlebt. Natürlich gibt es eine inhaltliche Begründung dafür. Aber er knabbert ja die ganze Zeit so da dran, dass er auch deswegen so Komplexe hat, ne? Und, ähm, ja, das war dann natürlich so am Ende alles so ein bisschen ... Es kam jetzt nicht so überraschend, dass der Kamikaze-Flieger-Spoiler am Ende noch die Welt rettet. Aber, ähm, das hat mir eigentlich alles gut gefallen. Also, jedes Mal, wenn Godzilla da war, fand ich's gut. Ohne Godzilla hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten. Aber ich will in keinster Weise, wie mir das unterstellt wurde, irgendwie diesen Film trashen. Sondern ich sage, es liegt an mir, ich war sehr müde. Und ich bin mir sicher, dass diese Formel offensichtlich gut funktioniert. Für mich an diesem Tag war's leider ein bisschen langweilig. Ey, und als ich als langjähriger Fan ... Ich hab da absolutes Verständnis für, weil der Film ist mit, ähm, Godzilla Final Wars, das ist dieser Jubiläumsfilm, den der Typ von Versus gemacht hat, wo alle Monster noch mal auftauchen und sich irgendwie gegenseitig auf die Fresse hauen, ist der längste japanische Godzilla-Film, den's gibt, mit 125 Minuten. Der ist so lang. Der ist 125 Minuten lang. Und wie gesagt, auch das, was du sagst, genau das, was du beschrieben hast, ist absolut ungewöhnlich. Es gibt kaum Godzilla-Filme, die sich so stark auf ein so kleines Figurenensemble jemals konzentriert haben. Die Amis machen das, ja? Die konzentrieren sich auf Familie. Aber du siehst ja, was die Amis jedes Mal wieder für Schelde kriegen. Ich wollte ganz sagen, das ist ja ganz was anderes. Die gehen ja in diesem Film, also um mal kurz meine drei Cent zu sagen, die gehen ja quasi nicht nur den alten Weg, orientieren sich nicht nur am Ursprungs-Godzilla, wann war das, 54? 54, ja. Der halt sehr noch beeinflusst war, unter dem Eindruck der Atombomben und dem Krieg und des Krieges und so weiter. Und Godzilla halt noch nicht der witzige, knuffige, gute Supersaurier war, der die anderen Monster besiegt, sondern einfach nur eine dumpfe, unbegreifbare, atomare Bedrohung. Er war ja quasi das Symbol für die Bombe. Ja. Und wenn du das nimmst und, wie du gerade gesagt hast, du hast halt nicht das klassische riesige Ensemble mit den Wissenschaftlern, die irgendwie alle am Diskutieren sind. Und mit den fünf Familien, die wollen nach da, die wollen nach Florida und die wollen auf dem Flieger und wer schafft's. So, das hast du nicht. Vater und Tochter sind getrennt. Ja, der Vater ist natürlich ein Idiot oder ein Loser, der muss dann die Tochter wieder zurückerobern. Das hast du alles. Die nehmen alles, alles, alles raus, was eigentlich albern und kitschig und kindisch vielleicht auch ist. Nehmen sie alles weg und füllen stattdessen ein waschechtes Drama da rein. Deswegen ist es auch so extrem ruhig. Ich genieße das und ich finde das grundsätzlich eigentlich auch toll, weil du dich dann wirklich mal auf die Figuren einlassen kannst und weil durch diese Dynamik totale Ruhe, totale Ruhe, totaler Alarm plötzlich, Monster kommt durchs Haus gewatscht. Dann ist die Wirkung natürlich auch viel größer, wenn du diese Dynamik hast und nicht durchgehend immer Action, 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 Action. Also ich muss sagen, mir hat das schon sehr gefallen. Ich war auch nicht so ganz glücklich über diese etwas plumpe Geschichte mit dem Kamikaze-Piloten. Aber irgendwie hat es dann noch funktioniert, weil sie es halt so straight durchgezogen haben, den ganzen Film über. Ich war so nach der Hälfte des Films ziemlich überrascht, dass jemand ging, von dem ich gar nicht gedacht hätte, dass diese Person gehen würde. Oder auch nicht. Aber das fand ich ein bisschen komisch. Hatten sie sich verdient. Ja, hatten sie sich verdient. Und ich fand es insgesamt richtig, richtig schön. Hat mich alles sehr an, falls jemand den Comic kennt, oder ich glaub, da gibt's auch eine Verfügung von Barfuß in Hiroshima. Ja, ja. Das ist ein Comic, hat jemand gezeichnet, ich glaub, in den 60ern, der ganz schlimme Sachen als Kind nach der Atombombe in Hiroshima erlebt hat. Familie verloren und dann Wochen, Monate lang haben wir allein durch die Trümmer geirrt. Und ich find, das spielt da auch ... Gibt's auch als Zeichensack-Serie oder Film. Nee, als Film gibt's den, glaub ich. Ja, Film. Mit ganz harten, von 85, mit ganz extremer Explosionssequenz. Und echt, der geht dir ... Der ist fast so schlimm wie Fireflies. Und ich find, daran haben sie sich auch ein bisschen orientiert, hab ich so das Gefühl. Denn dieses Buch, Barfuß in Hiroshima, ist quasi so ein bisschen japanisches Kulturgut. Die lesen das in der Schule. Also alle können mit dieser Welt gut leben oder gut umgehen, diese komplett zerstörten Städte. Und wieder quasi, war ja hier in Hamburg nicht anders, quasi alles wieder neu aufbauen und so. Und dann kommt auch noch, wie ihr schon gesagt habt, plötzlich so ein radioatives Monster da angebatschelt, dessen Füße, wie gesagt, ein bisschen komisch im Close-Up aussehen. Ey, ich hab inzwischen versucht, eine Erklärung dafür zu finden, warum die Füße so sind, wie sie sind. Mir fällt es immer noch auf. Es sieht komisch aus, aber ich hab irgendwie das Gefühl, dass sie das irgendwie genommen haben als Erklärung dafür, warum er im Wasser aufrecht stehen kann. Weißt du, weil man ... Ich dachte ja so groß, ehrlich gesagt, dass er stehen kann. Jaja, nee, man kriegt ja am Ende auch mit, dass sie ihn ja eigentlich versenken wollen. Ah. Weißt du, was ich mein? Und er ist trotzdem immer wieder oben. Und ich hab halt das Gefühl gehabt, dass die Füße jetzt extra so ein bisschen Entenfuß-mäßig sind. Oder Watschel-mäßig, damit sie halt, wenn er aufrecht steht, halt so paddeln kann. Das fand ich übrigens mit dem ... Mit dem ... Ja. Die Musik. Alter. Da hab ich Gänsehaut gekriegt. Alter, ey. Wenn die Kamera durch das Zugfenster geht, und dann kommt die Musik, und sie fährt so an ihm hoch, Alter. Das ist super. Und dass es wirklich gibt den Leuten, was sie wollen. Das ist so ... Die Musik kann's auch nicht falsch machen. Deswegen wird's ja auch so oft gesampelt in Techno und Hip-Hop und sonst wo, weil es einfach total fett ist. Aber das, was du eben meintest, würde ich gern noch mal kurz aufgreifen wollen, weil das fand ich auch eine so angenehme und erfrischende Idee. Seit 80 Jahren haben wir Monster. Und seit 80 Jahren versucht, irgendwer eine Bombe raufzuschmeißen, damit die kaputt gehen. Oder mit Flugzeugen anzugreifen. Oder ... Irgendeine Bombe unterirdisch. Und dann fällt ... Egal, was machen die hier? Die lösen halt das Wasser, die Wasseroberfläche auf mit diesem Gas. Das kennt man auch. Das ist einer der Gründe oder eine der Theorien, was im ... Bermuda-Dreieck. Im Bermuda-Dreieck passiert so. Das bricht halt quasi die Dichte auf. Und dadurch versinkst du ganz schnell. Deswegen sacken riesige Tanker ganz schnell ab. Und das versuchen sie hier mit ihm auch. Mit der Hintergedanke, der nicht ganz logisch ist. Er wird dann vom Druck zerdrückt. Und wenn das nicht funktioniert, schicken wir ihn wieder hoch. Und dann wird er vom Gegendruck zerdrückt. Ich dachte, na ja, das ist ein Monster, der kommt aus sonst was. Die kommt aus dem Erdinneren. Ja gut, aber sie haben ja keine Basis. Sie haben keine Ahnung. Sie haben keine Ahnung. Weil sie wissen ja noch nicht mal, dass das der Godzilla ist. In dem Film, deswegen mein es One, ich glaub, das spielt ja gefühlt ein halbes Jahr, nach dem Ursprungsfilm. Naja, vor. Vor dem Ursprungsfilm, ne? Ja, so ein paar Jahre, würd ich sagen. Okay, also das heißt, da gibt's nur Gerüchte von den Dörflern, von den kleinen Inselbewohnern, von den Inselbewohnern. Und so, ja, das ist Godzilla, Gojira. Aber was das genau ist, oder wo der herkommt, was der will und so, das ist ja auch unklar, ne? Der will doch nur sein Revier verteidigen in unserem Film, ne? Ja. Und deswegen kommt er da immer, kommt er ein paar Mal in Tokio vorbei. Also, das fand ich so angenehm, weil ich dachte, oh, ein Glück, nicht schon wieder jetzt. Wo kommt die Atombombe, wie kriegen wir die da hin? Und naja, obwohl am Ende fliegt er im Mund, ne? Ja, aber auch das fand ich, sag ich mal, eine halbwegs gute Methodebegründung, weil er ja vorher schon geschwächt ist. Ja, das geht dir. Sie wussten ja, also zumindest haben sie ja diesen, und das ist halt auch, ey, wo ich auch dachte, als ich das zum ersten Mal gesehen hab, und ich hab's zum ersten Mal nur als Screener gesehen. Ja, aber trotzdem, ich hab einen ganz guten Fernseher, das war in Ordnung. Das erste Mal, wenn er seinen Atomic Breath durch Tokio schickt. Sich erst mal auflädt, 30 Sekunden. Wenn diese Zacken da rauskommen, das fand ich Magic Moment. Und dann, wenn er halt wirklich dann einmal durch die Stadt bläst. Und ich mein, das ist dann eine Atombombe, die hochgeht, ne? So sah es zu mich aus. Zweimal sieht man das. Und jedes Mal denk ich, der schießt da hin, und dann gibt's eine Atombombe. Aber das ist halt Power halt, ne? Also, das gibt dem Vieh halt noch mal eine zusätzliche Bedrohung. Und das, was du sagst, es macht es halt noch mal irgendwie unangenehmer, in der gleichen Stadt sich aufzuhalten wie dieses Vieh. Und aber, ich weiß nicht, wie fand ihr's? Ich muss sagen, ähm, ich hab mir jetzt auch schon echt mehrfach immer wieder nur hingespult und mir diese Szene angeguckt. Der Jaws-Moment. Das wollte ich grad sagen. Der Film hat mich halt auch krass an der weiße Hai erinnert. Stimmt. Das hast du im Kino sogar gesagt. Und ich so, ja, stimmt. Ist ja eigentlich auch kein Zufall, dass du so Seemänner hast, die irgendwie sagen, so, wir fahren raus und jagen das Monster. Und, ähm... Da hab ich gedacht, oh, das ist eine gute Idee. Das gefällt mir. Ey, das dann noch mal... Jaws mit Godzilla. Ich so, oh. Ey, und diese, diese ansteigende Sound, als wär's irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Track von Hans Zimmer's Dunkirk-Soundtrack, der irgendwie am Schneidetisch runtergefallen ist, der dann sich so über diese ganze Szenerie legt. Und wenn das Vieh dann hinter dem Boot herschwimmt... Unter dem, doch durch, oder? Naja, einmal unter dem Kriegsschiff durch, aber ich fand das halt mit der Mine. Wenn sie die Mine ins Wasser lassen und das Vieh schwimmt hinterher, fand ich großartig. Und das wollte ich nur noch einmal sagen, weil ein Kumpel von mir hatte ihn auch gesehen, meinte, super. Äh, nur das Wasser sieht doof aus. Und ich so, naja, gut. Dann hörte ich 19 Millionen? 15. 15 Millionen. Hat er gekostet? Für 15 Millionen, sag ich nicht, werde ich nicht einen Satz erwähnen zum Thema CGI-Wasser. Aber das heißt, die Schauspieler haben selber gezahlt, oder was? Die kriegen alle wahrscheinlich nicht so viel in Japan. Also, der funktioniert, ne? So, das sieht nicht überzeugend aus. Das Wasser sieht eher ein bisschen zu klein aus und dadurch sehen die Schiffe halt auch eher so kleine aus. Das ist egal. Die Inszenierung und die Wirkung, die gewünscht wird, wird erzielt damit, finde ich. Und deswegen ist alles wunderbar. Ich bin beeindruckt von 15 Millionen. Das wusste ich gar nicht, dass der so gut ist. Weil der sieht schon wertig aus. Vor allem, ey, es ist halt auch echt beschämend für so viele andere Filme, die halt deutlich mehr gekostet haben, ne? The Marvels zum Beispiel. Sorry. Hab ich nicht gesehen. Aber hast du noch irgendwas anderes? Oder habt ihr noch irgendwas anderes? Lass mal gucken. Äh, wir haben City of God zusammen geguckt. City of God haben wir zusammen gesehen. Ja, haben wir noch mal geguckt. Ja, was soll man sagen, ne? Geiler Film. Ja, absolut. Also immer noch. Fünf von fünf. Ja, also natürlich flasht er nicht mehr so wie 9000. Ja, man hat ihn ja auch schon gesehen. Aber diese eine Szene, ähm, mit dem, wo, wo, wo sie, wo sie dem einen Gangster sagen, er muss eins der zwei Kinder um, ja, ja, die war echt, die hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Ja, muss ich auch vergessen, ja. Die war, äh, da hab ich gedacht, so alter Schwede, ich hatte nicht mehr im Kopf, dass da so eine harte, krasse Szene drin ist. Also, da geht's halt darum, dass dieser eine Gangsterboss, Locke, Locke, der Boss, der mittlerweile da, der brutalste, äh, Gangführer in, in den Favela da ist. Und dann gibt's dann halt noch so, die nennen sie, glaube ich, wie heißt die, die Zwerge? Die Zwerge, ja. Die Zwerge ist... Noch weniger gewissen... Oder die Zwergengang. Die Zwergengang, was halt im Prinzip noch kleine Kinder sind, die aber halt dadurch, dass sie in diesem Milieu aufwachsen, von klein auf mit Diebstahl, Gewalt und so weiter aufgewachsen sind, dass für die völlig normal ist. Und die ziehen einen, die marodieren einfach dadurch diese Favela, klauen, verprügeln, zünden an, machen halt nur Scheiße, aber auf eine schon relativ brutale Art, erschießen auch, also sind auch kleine Mörder. Aber die sind halt den großen Gangs dann so manchmal ein Dorn im Auge und irgendwann stellt halt Locke, der Boss mit seiner Gang die Kids und dann rennen alle weg und zwei bleiben übrig und der eine ist halt, weiß ich nicht, fünf. Der andere ist vielleicht acht. Und dann stehen die da an der Wand und heulen und er sagt halt so, okay, wo wollt ihr hin, wo soll ich euch hinschießen? In die Hand oder in den Fuß? Und die Kinder heulen, 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 haben Schiss. Das ist so krass gefilmt, weil also, das geht richtig an die Substanz, muss ich sagen. Und dann denkst du schon, das ist schon schlimm genug, weil dann schießt er den beiden in die Füße. Dem einen auf jeden Fall. Ich glaub, beiden schießt er, aber egal, auf jeden Fall. Und dann fangen die da an zu heulen und dann denkst du so, oh Gott, ist das alles schlimm? Aber die Szene ist da nicht zu Ende, sondern dann holt er noch so einen anderen aus dieser Zwergengang und sagt so, okay, such dir einen aus, den du jetzt erschießt. Und dann, diese Szene ist halt, ja, die ist halt wirklich krass. Ja. Also, wirklich hardcore. Die melken die Szene auch. Und die geht richtig lang und ist wirklich auch, von der Inszenierung her, geht die richtig an. Die Substanz hatte ich nicht mehr, nicht mehr auf dem Schirm. Siehst du jetzt mit anderen Augen als Vater? Das sowieso. Also, wie gesagt, damals war die schon so, oh ja, schon fies so, aber natürlich irgendwie eher auf dem Augen, auf der Augenhöhe von jemandem, der vielleicht selbst da steht oder sonst irgendwas. Aber jetzt halt noch mal als Vater das zu sehen, ist noch mal eine ganz andere Ecke so. Das zeigt halt, wie der Film halt auch schon wieder ist. Aber nichts an seiner Wucht oder an seiner Intensität oder an seiner, auch in diese flirrende Atmosphäre, die dieser Film hat. Ja, und der Schnitt, du hast ja auch mehrmals erwähnt, wie schnell der teilweise auch in gewissen Szenen, der hat ja ganz viele Rhythmen, wie der geschnitten ist. Und wir haben auch alle gesagt, das könnte auch ein Martin-Scorsese-Film sein. Das ist voll inspiriert davon. Du hast ja auf Deutsch geguckt, so mit der Erzählstimmung von Xavier Naidoo, damals war das noch ein anderer Xavier Naidoo. Also, die Musik war damals auch schon scheiße, aber damals hat er noch nicht diesen Ruf gehabt. Und das war, der hat von der Stimme her super dazu gepasst, das muss man einfach sagen. Bus Capé. Und wie das dann so erzählt wird aus der Sicht von Bus Capé und dann auch diese, so, dann kommt, dann die Kamera geht an irgendeinem Bus-Typ, Fahrer oder so vorbei und dann sagt er, ja, das ist der Stecher. Manni, der Stecher, ja. Manni, der Stecher. Aber seine Geschichte erzählen wir erst später und dann geht's erst mal weiter. Aber später kommt das halt wirklich noch mal und das wird so ein richtiges Puzzlestück. Und das ist wirklich toll erzählt und, also, es macht richtig Bock, weil es irgendwie so verschiedene Erzählstränge hat, verschiedene Seiten beleuchtet und aber alles irgendwie miteinander Sinn gibt. Also, es ist schon echt einer, also, nicht zu Unrecht immer schon einer meiner absoluten Lieblingsfilme auch gewesen. Ja. Gerade die ersten, man braucht sie eigentlich nur, wenn man jetzt hört zum Beispiel, der ist interessant geschnitten, ähm, besonders fällt's am Anfang auf. Ja, klar. Wir haben so eine Intro-Sequenz geschnitten, wo ein Huhn geschlachtet wird oder geschlachtet werden sollen und dann flüchtet das und das wird parallel geschnitten mit den jungen Leuten und so. Das hört sich langweilig und banal an, aber wie das geschnitten wird, mit was für einer Energie und wie das für einer Kamera, so, völlig frei, sehr dokumentarisch, immer so, ich film dich jetzt mal so und ich film mal so und das stört überhaupt nicht. Es macht's eher total natürlich und glaubwürdig. Schon toll. Also, wer CD of God noch nicht kennt, der steht nicht zu Unrecht in den Top 100 auf. Ey, den müsst ihr gucken, Leute. Wirklich, ich glaub, den gibt's auf Amazon Prime, kann man den kaufen auf jeden Fall. Weißt du was, den müssen wir mal im Original mit Zubs gucken. Was glaubst du? Hab ich auch schon mal gemacht. Was gemacht? Ich glaub, im Original hab ich ja noch nie gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem Original gesehen habe. Und direkt hinterher Tropa Delite 1 und 2. Das ist quasi Spin-Off. Ja. Sonst noch irgendwas? Naja, ich hab halt diesen Lethal World Behind noch geguckt, ne? Ja. Julia Roberts. Ja. Netflix ist auch, ist das so, warte, ist das eine Netflix-Produktion? Ja. Ach Mann, ey, das ist, also der hat viele schöne Ideen und ich will auch gar nicht sagen, dass das Mysterium, was die ganze Zeit aufge-, hast du ihn gesehen? Mhm. Dass das Mysterium, was so aufgebaut wird, ähm, dass das nicht durchaus fesselnd oder interessiert. Ähm, aber irgendwann fällt dir halt auf, dass das irgendwie nach einem gewissen Rhythmus oder vorhersehbaren Konzept irgendwie konstruiert wurde. Irgendwann merkst du, irgendwie fühlt sich das an, als wären das so mehrere Episoden hintereinander, die ursprünglich vielleicht eine Minishow oder Miniseries waren und jede Episode hat ein ganz klar erkennbares, extremes visuelles Highlight oder Actionbeat. Ne? Das heißt, also falls jemand nicht weiß, wovon wir reden, es geht da um Julia Roberts und Ja, ich mein, wir haben's letzte Woche besprochen. Ach so, ihr habt's schon besprochen. Also, äh, die Familie fährt halt in so ein, so ein, so ein, so ein Urlaubshaus. Ja, also wirklich so ein sehr edles, äh, Airbnb. Ja, genau. Und, ähm, in der gleichen Nacht oder kurz danach steht plötzlich jemand vor der Tür, der Besitzer des Hauses mit seiner Tochter und sagt, ey, wir würden gerne hier pennen. Denn es gab einen größeren Stromausfall und ich glaub, mehr sollte man auch gar nicht. Okay, nicht mehr fallen, ich will den noch sehen. Also, Marshall Ali ist das übrigens. Der natürlich wieder, ich weiß nicht, ich kann mir den, glaub ich, monatelang ein Stück angucken. Hast du True Detective mit ihm gesehen? Ja, natürlich. Ähm, ja, ich wollt nur sagen, den kann man sich mal angucken, aber er hat diverse Macken und die Kamera hat mich fertig gemacht. Diese völlig willenlose und kiellose und hier, man macht mal so, mal ein bisschen was in der Richtung und dann wieder so und dann ist es hier wieder Arthaus und dann ist es hier wieder Drohne und dann ist es hier plötzlich Reisschwenkst und denkst, was soll denn das? Hat da jemand überhaupt Ahnung, was er da gerade drei hat? Von wem ist denn der? Sam Ismail, der Typ, der Mr. Robot gemacht hat. Der Mr. Robot-Typ. Ja. Naja, aber deswegen hab ich dem auch drei gegeben, weil ich dachte, ich hab den bis zum Ende geguckt, ich war neugierig, ich war da zwar enttäuscht am Ende, aus gewissen Gründen, aber ich bin dran geblieben. Aber dich als Friends-Liebhaber wird das, glaub ich, vielleicht nochmal ganz freuen. Okay. Ich habe Huss in Boots mit meinen Kids geguckt. Eins? Zwei? 14 letzten. Also Last Wish. Ja. Ja. Und war echt relativ positiv angetan, also der bietet echt ne Menge cooler Szenen, kann ich nicht anders sagen. Ich bin ja nicht so der allergrößte animationsprechende Tiere-Fan, aber der hat vor allen Dingen den Kindern unfassbaren Spaß gemacht. Also, der hat auch krasse Action-Sequenzen und unfassbar viel Fantasy, also so wirklich, wo ich manchmal denke, diese Leute von so Animationsfilmen, wo nehmen die ihre kreativen Ideen her? Auch was Kamerafahrten und so weiter, also die können sich natürlich austoben, ja, weil die keine Regulierungen haben, aber trotzdem musst du erst mal auf alles kommen, was da so passiert. Einziger Kritikpunkt ist, dass es mir zu viel war teilweise, ja. Also, der hat schon eine Taktung und es ist laut und Action und bunt und pam, 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 pam. Allein der erste Kampf gegen diesen Riesen mit der Glocke da. Ja, das ist natürlich ein krasser Auftakt, ne? Ähm, aber ich merk auch, dass mich das schon auch stresst mittlerweile. Also, das ist schon ... Das hab ich aber auch schon jetzt bei dem letzten Spider-Man-Universe-Ding gemerkt. So geil das alles aussieht und inszeniert ist, ich fühl mich wirklich erschöpft von der Bildgewalt. Da prasselt so viel auf dich ein, so viele visuelle Gimmicks und ... Es ist so wie Ikea Samstagnachmittag. Ja. So ist das. Und das ist halt ... Es ist ... Du kannst halt nicht, du kannst halt objektiv nichts groß aussetzen und den Kindern hat's auch Bock gemacht, ja, weil die werden dir langweilend sicher, wenn zwei Leute länger als zwei Sekunden miteinander reden. Aber gleichzeitig, äh, als der Film zu Ende war, das ist so ein bisschen wie, wenn einer Heavy-Metal-Musik hört und die dann ausmacht und du denkst so ... So ein bisschen ... So, danach wollte ich eigentlich nicht nur noch so Checker Tobi oder so, irgendwie, irgendwie erklär mir was in Ruhe, aber ... Spricht das immer noch Antonio Banderas, die Katze? Naja. Und der war auch teilweise ... War gut synchronisiert. Ich hab ja natürlich nicht Antonio Banderas, aber teilweise auch im Deutschen hatte ich manchmal Probleme, den zu verstehen. Spricht so ... Ja, ich verstehe. Ich fand den aber cool, ich fand auch den Bösewicht hier, diesen Wolf. Der Wolf war geil. Den fand ich auch irgendwie geil, der hatte so einen richtig geilen Style. Wo ist denn da die ganze Zeit eigentlich dann Schreck? Es spielt doch in der Schreckwelt, oder? Nein, er spielt nicht in der Schreckwelt. Er spielt vor der Schreckwelt. Also das ist ... Das haben sie als Lösung angeboten. Er ist noch nicht da. Er ist noch nicht da. Okay. Aber ich hab zum Beispiel auch, das hab ich noch gar nicht eingetragen, aber brauch ich auch nicht, ich hab dann danach noch Schreck 2 geguckt, mit den Kids, und da kommt das erste Mal, dass Puss in Boots auftaucht. Oh, da hab ich so gelacht. Stimmt. Ey, die Szene mit dem Katzengras ist nicht immer noch hilarious. Und das ist auch echt ein ... Also, Schreck ist immer noch ... Also, die dritte weiß ich gar nicht mehr, aber die ersten zwei sind auch immer noch gut, find ich. Also, der erste hat ja eh, find ich, meiner Meinung nach so ein bisschen frischen Wind in die Animation, in das Animationsshow, weil das so Meta- und Popkultur noch ein bisschen mehr reingeklickt hat. Und es hieß, das ist ein hässliches Monster als Hauptdarsteller. Das war damals ein Thema. Guck mal, das müssen nicht ... Aber für mich war es einfach so dieses Thema, als in Smash Mouth kam, hey now, you're an Allstar. Und du hast gedacht, okay, ey, die vermischen hier Popkultur mit Märchen und alles geht. Und Eddie Murphy. Und das Gute ist ja, der Esel ist ja auch noch gesprochen. Der Esel? Von der Original-Synchronstimme von Eddie Murphy, die man auch aus Beverly Hills Cop und so weiter kennt. Andolf Kroninger oder wie er heißt. Ich glaub, der ist mittlerweile verstorben. Der ist gestorben, ja. Und es funktioniert so gut. Also, der ist einfach ... Der Esel ist immer noch toll. Ja. Und kann man wirklich gut machen. Ich hab den Blick von dem Esel gerade im Kopf. Weil ich das seit 20 Jahren nicht gesehen hab. Der Esel ist so dumm. Randolf Kronberg heißt er. Randolf Kronberg. Randolf Kronberg. Okay. Ja gut, dann kommen wir doch mal zu den Filmen, die diese Woche vielleicht empfehlenswert sind oder halt auch eben einfach nur starten. Hallo, ich bin Johanna und neulich im Urlaub ist mir aufgefallen, ich kann gar keinen Urlaub. Ich lese zu langsam, das, was ich lese, kann ich nicht im Kopf behalten und außerdem wird mir viel zu schnell, viel zu heiß. Kurioserweise ist mir hier im Büro dann aufgefallen, das sind alles Dinge, die die neue Samsung 990 Pro viel besser kann als ich. Lesegeschwindigkeit bis zu 7.450 MB pro Sekunde, Speicherplatz 1, 2 und 4 Terabyte und Schutz vor Überhitzung dank Heatspreader und Dynamic Thermal Guard. Man kann also sagen, dieses kleine Ding ist ein besserer Mensch als ich. Damit hätte ich mir den Urlaub auch sparen können. Einfach Urlaub zu Hause, schön am PC. Für Gaming wurde die nämlich auch gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Sie wollte unter anderem einen Film namens Aileen mit Anne Hathaway und Thomasin McKenzie. Die kennt man aus Last Night. Oder ja, genau. Oder Last Night in Zoho, da hat sie auch mitgespielt. Hier spielt sie eine Sekretärin in einem jungen Knast. Und, ähm, weiß ich nicht, lebt halt so vor sich hin. Und eines Tages kommt halt Anne Hathaway als Psychiaterin in diesen Knast. Und sie findet sie auf Anhieb interessant. Und die beiden Frauen lernen sich näher kennen. Und ja, irgendwann wird's schräg. Und der Film soll irgendwie wohl mit einem Twist enden. Mehr weiß ich nicht. Er kam bei uns im Forum bei einigen Leuten nicht so gut an. Die waren eher enttäuscht. Ähm, bei der Presse kam er ein bisschen besser weg. Der Regisseur hat vorher einen Film gemacht namens Lady Macbeth, der eigentlich eine ganz spannende Auseinandersetzung mit dem alten klassischen Shakespeare-Thema war. Was haben die denn im Forum gesagt, warum der nicht gefallen hat? Also, dass der Twist irgendwie ein bisschen aufgesetzt wird. Und dass das Drama zwischen den beiden Frauen halt ein bisschen auch zu lang ausgereizt wird. Das hab ich auch hier und da schon mal gelesen. Also, dass das, also die Geschichte zwischen ähm, Thomas E. McKenzie und Anne Hathaway oder Psychiaterin und Sekretärin, dass das ein bisschen lang gestreckt wird. Und dann kommt irgendwann noch mal so eine Art Thriller-Handlung dazu, die aber sehr abgehackt wirken soll. Also haben, fangen die an, eine Beziehung zu führen irgendwann? Kann ich nicht genau sagen. Ich hab den Film nicht gesehen. Ich war nur interessiert dran, weil, wie gesagt, diesen Lady Macbeth von dem Regisseur mochte ich. Ich find jetzt halt auch die beiden Hauptdarstellerinnen eigentlich schon ganz cool. Aber ich versteh immer noch nicht, worum's da geht. eine Beziehung zwischen zwei Frauen? Also wirklich nur eine Beziehungsgeschichte. Und, wie gesagt, etwas, was wohl halt einen Twist generieren soll. Ich find, das ist immer eine komische Aussage zu sagen, da gibt's einen Twist, weil dann denkt man immer sofort an so eine 180-Grad-Wendung, Schamajan-artig. Aber es kann ja einfach nur eine Pointe sein, zum Beispiel. Oder eine kleine pointierte Überraschung. Du musst ja nicht alles auf den Kopf stellen. Ja, aber vielleicht ist es ja auch ein Twist, der es auf den Kopf stellen möchte. Ich find das klingt gut, was ich bislang gesehen hab. Spielt so 60er? Der kommt in die Kinos. Der kommt in die Kinos, ja. Ja, der spielt 1964. Da warst du doch schon ... So, dann haben wir einen Film, der ist mal wieder ins Maisfeld verschlägt. Er heißt Kinder des Zorns. Schon wieder? Bett im Kornfeld. Ja, Bett im Kornfeld, ja. Wie viel ist das denn? Das vierte? Nee, das ist der, glaub ich, insgesamt ... Das müsste jetzt vielleicht der dreizehnte oder vierzehnte sein. Jesus Christ. Ja, und der erzählt aber die Vorgeschichte. Ja, endlich. Natürlich, bevor alles losging. Also der erste Film damals, basierend auf der Kurzgeschichte von Stephen King, Children of the Korn, war ja mit Linda Hamilton. Die in diese ... Als Kind? Nee, als junge Frau. Die übrigens die Hauptrolle in Stranger Things 5 übernehmen wird. Oh, passt doch. Die kam damals mit ihrem Freund in diese Stadt, die komplett ausgestorben war und wo die Kinder so eine Schreckensherrschaft haben, weil sie dem, der hinter den Rhein wandelt, dienen wollen und halt immer wieder Opfer bringen müssen. Und jetzt wird halt einfach gezeigt, was davor passiert ist. Inszeniert und geschrieben von Kurt Wimmer. Den kennt man unter anderem für Equilibrium, aber halt auch Ultra Violet. Also der hat schon, sag ich mal, ganz gute Sachen gemacht. Der hat aber auch schon echte Graupen gemacht. Equilibrium ist auch grenzwertig, wenn man ehrlich ist. Ja, aber ... Das ist schon Guilty Pleasure. Der verschummelt schon seine Sachen ganz geil. Ja, und hier der Film. Ja, der hat ein paar Härten. Hier die Hauptdarstellerin, die kleine Eden, die halt diese Verrückten oder diese rebellischen Kinder anführt. Und halt auch Bo, ihre Widersacherin. Oder die, die sich halt irgendwie gegen den Wahnsinn versucht zu stemmen. Die waren ganz gut. Ich find, der Film sieht auch einigermaßen schick aus. Aber ob man den jetzt oder einen der elf anderen gesehen hat, außerhalb des ersten, äh, weiß ich nicht. Und ich find's auch ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob irgendein Film der zwölf Fortsetzungen, ob der jemals diesen, der, der hinter den Reihen wandelt, oder he who walks behind the rose, ob der jemals irgendwie verkörpert oder dargestellt worden ist. Hier wird er dargestellt. Ach so. Und das fand ich nicht wirklich glücklich. Nimmt, ähm, nimmt ihm das Mystische ein bisschen. Aber welchen dieser, ich hab keinen einzigen davon gesehen. Und auch das Buch nicht gelesen. Ich hab die ersten beiden, oder in den 80ern hab ich gesehen. Welchen sollte man denn da gucken? Gibt's da einen, der gut ist? Naja, der erste ist ein halbwegs okay, ist halt ein Slasher. Also, ich find, die Grundgeschichte find ich ganz in Ordnung. Ich mag die Grundgeschichte. Also, ich find den in Ordnung so. Ist als Stephen King für Filmung jetzt auch nicht der allerbeste, aber halt auch nicht der allerschlimmste. Und seh ich das richtig? Im Englischen heißt der Children of the Corn. Of the Corn. Und die haben aus Corn Zorn gemacht. Kinder des Zorns, ja. Ja, du kannst auch Corn sagen, dann versteht's niemand. Ja, aber du kannst doch nicht einfach einen Reihen daraus machen. Du kannst doch nicht sagen, gut, das heißt Corn, wir nennen's Zorn. Was ist denn der Gedanke dahinter? 85 hat man das gedacht. Naja, die Kinder sind sehr zornig, weil hier geht's darum, dass der Ort, in dem das spielt, dass der halt auf Mais-Farmerei, also Mais-Anbau aufgebaut ist. Das funktioniert aber alles nicht mehr so gut. Der Mais wird nicht mehr so gut wachsen oder wächst nicht mehr so gut wie einstmals. Und jetzt ist halt der Plan, dass sie halt alles niederbrennen und völlig neu irgendwie ihre Ernte aufziehen. Und das wollen sie halt ohne Einverständnis der Kinder machen oder ohne die Kinder zu fragen und die Kinder ... Ich versteh das alles, aber warum heißt der Film nicht Kinder des Korns? Weil jemand Anfang der 80er gedacht hat, das verstehen die Leute mehr, dass es um aggressive Kinder geht und nicht um ... Aber die Amis verstehen's doch auch. Ja, die Deutschen haben gedacht, das versteht man sonst nicht. Ja. Deutsche Verlag. Ich glaub, das Buch hieß ja sogar so auf Deutsch, ne? Ja, ich glaub, oder ... Ich weiß gar nicht, ob die nicht vielleicht sogar Kinder des Mais hieß, ich weiß es nicht. Naja. Gut. Gut, so. Vielleicht verstehst du den nächsten Titel etwas besser in seinem deutschen Untertitel. Silent Night. Stumme Rache. Ja, da haben wir ... Ich meine, wir hätten den Trailer gesehen vor Godzilla. Ja, haben wir. Auch, äh, ein bisschen gelästert. Weil das ist natürlich der eine-millionste Revenge-Flick, äh, ob du's jetzt John Wick, Equalizer, Nobody, wie auch immer, Taken. Es ist ein bisschen ermüdend, muss ich sagen, obwohl ich eigentlich so Revenge-Flicks immer mochte. Aber mittlerweile bin ich satt, weil die alle gleich sind. Wirklich alle gleich. Du willst halt einfach dann irgendwie geile Action-Sequenzen sehen. Ähm, er ist von John Woo. Da kann man natürlich dann noch mal sagen, gut, das will ich dann noch mal sehen. Aber wann hat John Woo das letzte Mal was richtig Geiles in der Richtung gemacht? Weiß ich nicht. Ist ja auch nicht mehr der John Woo aus den 80ern. Äh, es klingt dann so für mich, ohne ihn gesehen zu haben, wie so ein bisschen, wir packen John Woo drauf. Ich mag sogar hier den, äh, Kinnaman. Kinnaman. Aber dann darf der ja in dem Film auch nicht sprechen. Da bin ich auch am Zweifeln, ob das nicht ein Gimmick ist, was die ersten zehn Minuten ganz cool ist. Und nach einer Dreiviertelstunde ich mir einfach nur denke, so. Und alles, was ich sehe, ich würd's wahrscheinlich mal an einem langweiligen Sonntag, würd ich's mir vielleicht mal so reinziehen, während ich nebenbei Schach spiele. Aber im Leben würd ich dafür nicht ins Kino gehen. Ja. Der Film kommt auch allgemein nicht so wirklich gut weg. Ähm, ich kann da leider nicht so objektiv rangehen, wie viele andere. Weil du John Woo liebst. Weil ich ihn liebe. Also, es ist wirklich, ich liebe ihn einfach. Deswegen, also, wenn ihr meine Meinung hören wollt, die ist wirklich schwer Fanboy. Ja, dafür sitzen wir hier. Sehr geprägt eben von der Leidenschaft, die ich für die Filme von diesem Mann hege. Der Film ist nicht wirklich toll. Also, das kann ich, äh, will ich auch jetzt nicht irgendwie, ich will ja noch nicht schöner reden, als er ist. Er ist, wie du's gesagt hast, er ist halt einer von echt Zehntausenden. Aber, ja, wenn ich den jetzt messe an John Wick und vielleicht The Raid, ja, was, den Vergleich, den ich auch schon hier und da mitbekommen habe, dann kann der Film nur verlieren. Und wenn er halt auch an den Klassikern, also an den großen Klassikern von John Woo gemessen wird, an Bullet in the Head, an The Killer, an Hard Boiled, dann kann der auch nur verlieren. Also, der ist auf gar keinen Fall so gut wie diese alten, äh, wie diese ganzen großen Titel in dem Bereich. Aber neben so einem Nobody, neben so einem Kate, neben alles ab Taken 2, neben, ja, Kate, neben Sweet Girl, neben, was weiß ich, es gibt so viele mittlerweile, die du halt noch nicht mal alle guckst. Atomic Blond. Atomic Blond, ja, äh, und so weiter. Ich kann's nicht mehr sehen. Ich konnte das schon vor acht Jahren nicht mehr sehen. Ja, aber da ist der Film auch nicht besser und schlechter als all die anderen, die halt nie geschafft haben, in die gleichen Sphären aufzusteigen wie ein John Wick. So. Und ich muss sagen, ich find das stumm-Film-Gimmick, weil es redet wirklich keiner in diesem Film. Keiner. Also auch nicht, also Joel Kinnaman kann ich reden. Ihm wurde der Kehlkopf weggeschossen, nachdem er halt versucht hat, die Leute zu verfolgen, die seinen Sohn umgebracht haben. Natürlich. Und, ähm, na ja, das endete halt eben mit diesem zerschossenen Kehlkopf. Und jetzt beschließt er halt ein Jahr später an Weihnachten, weil es an Weihnachten passiert ist, Rache an den Leuten zu nehmen, die dafür verantwortlich sind. Aber die anderen sprechen auch nicht? Alle, keiner spricht. Also es ist so wie in dem Alien-Film von neulich. Ja, 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 genau. Wo alle nicht mit ihr reden und das fällt dir erst nach 20 Minuten auf, dass keiner spricht. Genau. Okay. Und, ähm, das funktioniert schon mal ganz gut. Also auch eine ganze Zeit lang irgendwie erstaunlich gut. Aber wie ist denn erklärt, dass die Bösewichter nicht reden? Es werden gar nicht, es werden gar nicht die Szenen gezeigt. Also, Wu macht hier eigentlich das, was der schon teilweise, oder beziehungsweise was er eigentlich schon echt immer gemacht hat. Also die Art und Weise, wie er halt mit dem Publikum spricht, wie er halt Filme inszeniert. Es gibt eine Sturmfilm-Version von Mission Impossible 2. Und, ähm ... Die kann ja nicht schlechter sein. Eben. Und ist auch nicht schlechter. Die funktioniert, obwohl keiner da irgendwas erklärt von wegen, hier, du musst den Virus irgendwie finden, weil der und der Virus freigesetzt worden ist und so weiter. Ist vollkommen unnötig. Und Wu hat das schon sehr oft gemacht, dass er halt lieber die Bilder sprechen lässt, als eben ... Hat ja auch mehr Spaß. ... als eben irgendwelche großen Worte zu schwingen. Ja, da ist Paartauben. Nein. Es gibt keinen Tauben. Dafür gibt's ... Das glaube ich mir nicht. Ich denke die ganze Zeit schon nur an Tauben. Es gibt, glaube ich, einen Papagei. Flatternde Mäntel und Tauben, das denke ich. Aber es gibt ja einen Taub-Stummen. Es gibt eigentlich nur einen Stummen. Taub ist er nicht. Weißt du nicht. Ja, aber langsam gehen die Leute die Gimmicks aus, ne? Aber, also noch mal, ich find, der Gimmick funktioniert stellenweise echt ganz gut. Und dann aber trotzdem kommt genau das, was du gesagt hast, dann gucken sie sich zu lange an, dann ist zu lange irgendwie eine Pause und du fragst dich halt, ey, warum redet denn eigentlich hier keiner miteinander? Also es hat sowohl Befremdliches wie halt auch Funktionierendes. Und die Action orientiert sich eher an halt so modernen Actionfilmen, was ich ein bisschen schade fand, weil das sind ja halt Filme, die sich halt Alan Hu orientiert haben. Und er, wie gesagt, versucht, glaube ich, so ein bisschen in diesem Style aufzugreifen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass dieser Produzent, dieser Basil ... Ja, wie heißt der? Basil, der Mausdetektiv. Ivanik. Basil Ivanik ist ein Produzent von John Wick. Der hat jetzt auch gerade diese Continental-Serie gemacht. Und es gibt hier auch so einen Staircase-Kampf, wo halt Joel Kiliman sich so ein Treppenhaus hochkämpft. Das hattest du in Continental auch. Das hast du auch bei Daredevil gehabt. Und ey, es gibt halt heutzutage alles sehr oft oder sehr häufig. Und ja, es erinnert nicht mehr an Hardboiled. Es ist nicht mehr die gleiche Klasse oder so geil wie Hardboiled. Aber es ist jetzt auch nicht wirklich viel schlechter als Daredevil oder eben The Continental oder sonst irgendwas. Aber beleg mal, wie hyped wir alle waren, als Taken 1 rauskam. Einfach nur, weil das eine coole Geschichte war. Aber der erste war ja noch gut. Ja, das meinte ich. Da war das noch frisch. Alter Mann. Ja. Und der konnte wohl irgendwas mal früher. Und dann wird er aktiviert, weil die Tochter entführt wird. Und dann geht er auf Rache, fällt zu. Das war irgendwie ganz cool. Und dann kriegst du das alle acht Monate, kriegst du noch so ein neues Ding davon. Und irgendwie ... Ey, und das kann ich ... Ich kann es absolut nachvollziehen. Das Problem ist, der Film hat sehr viel Melodrama. Alles konzentriert auf Joel Kinnaman. Das muss man aushalten können. Kann der nicht. Ja, vorhin. Ja, muss man aushalten können. Der Film hat ... Der setzt halt so ein bisschen den Straßenleben-Ansatz aus Hard Target von John Woo ein bisschen fort. Dieses New Orleans, dieses Verslampte. Da hat er auch so ein bisschen Gesellschaftskritik geübt. Das setzt er jetzt hier halt fort. Aber das kann man ihm leider auch ein bisschen reaktionär und auch ein bisschen rassistisch auslegen. Weil es halt alles Latinos sind, die halt wirklich fies sind so. Aber ich sitz dann da und denk mir, ja, okay, klar, kennen wir alles zigtausendfach. Es ist alles nicht viel besser als eben diese ERB-Actionfilme, die jetzt auch ins Kino gelangt sind. Aber ich freu mich einfach zu sehr, wenn ich dann halt so gewisse Kameramovements sehe, wenn ich gewisse Schnitte sehe, wenn ich einfach so gewisse ... Also handwerklichen Elemente ... Genau, wenn ich halt wirklich ... was er nur kann, also was wirklich nur er kann. Oder er sich nur traut. Oder, genau, und das kommt halt auch dazu. Der Film, der trägt halt sein Herz echt offen auf der Brust. Das ist wirklich so ein Pathos und Melodrama. Das erlauben sich andere amerikanische Filme eigentlich nicht in der Regel. Und dann bin ich halt einfach ... Du freust dich, dass es so was immer noch mal gibt. Genau. Aber du redest von der Inszenierung, nicht von dem Konzept des Films. Das Konzept des Films, wie gesagt, ich verstehe, warum Woo das machen wollte. Er macht es leider ein bisschen zu lang, zum einen. Und zum anderen, wie gesagt, schafft er es nicht, diese Szenen zu vermeiden oder zu verhindern, indem du dich halt fragst, jetzt sag doch was. Ja. Aber eine Frage hab ich. Wie alt ist denn Woo mittlerweile? Der ist jetzt auch knapp an die 80. Wie viel? Der ist knapp an die 80, glaub ich. So, dann machen wir mal weiter. Hatten wir eigentlich hier, wo wir grad über 80 sind, habt ihr den Mad Max Trailer gesehen? Ja. Ja. Den haben wir uns hier vor allen Tagen anguckt. Ich bin noch vorsichtig, weil ich glaub, das ist wieder ein extremes Color-Grading, was er da macht. Und das ist tatsächlich dann, aber da kommen wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen, dass es tatsächlich eher den Eindruck hat, als wär's so künstlich. Und ist es vielleicht ... Ich hab mir auch, ich hab mir einmal geguckt und danach hörte ich, dass alle Welt sich darüber aufregt, dass der so schäbig aussehen würde. Und ich so, ich dachte, ich hab mich nur gefreut. Neue Mad Max im Vibe des letzten Mad Max-Films. Super, freut mich. Aber Civil War hat mich richtig gekriegt. Ja, den können wir leider heute, glaub ich, nicht gucken. Nee? Nee. Hast du den noch nicht angeguckt? Nee. Ist geil. Ich find, ich, das ... Gucken wir gleich mal. Vielleicht kriegen wir noch reingebastelt. Ja, okay. So. Haben wir noch mal, was machen wir jetzt? Mediathekentipps. Mediathekentipps? Ganz schnell. Ich kann dir ein paar Tekentipps geben. Ja. So, was haben wir hier? Heute. Nur noch heute. Also, wenn ihr jetzt hier das noch schaffen wollt, dann müsst ihr vielleicht die Sendung unterbrechen und später weitergucken. Auf Tele 5, Source Code, Jake Gyllenhaal erwacht in einem Zug im Körper eines anderen Menschen, hat keine Ahnung, was los ist. Er fährt aber dann, er hat acht Minuten Zeit, um zu verhindern, dass eine Bombe in diesem Zug explodiert. Findest du, dass der Film funktioniert? Ich fand das schon damals in Ordnung. Ja? Ja. Du? Ich erinnere mich nicht mehr. War so ganz okay. War halt so Groundhog Day im Zug. Genau. Ich mag ja solche Zeitgimmick-Geschichten, aber überragend hab ich den auch nicht abgespeichert. Überragend nicht, aber funktionierend für... Der geht auch nicht so lang, glaub ich. Nö. Er ist relativ kurzweilig und kurz. Genauso wie Space Truckers, ein Film mit Dennis Hopper als Weltraummüllfahrer, der sich zusammen mit einem Jungspund und einer Frau zusammentut, um ein fieses Imperium zu besiegen, die es auf Killerroboter abgesehen haben. Das ist ein B-Picture oder was? Bitte? Ist das ein B-Picture? Das ist ein richtig schöner Trashfilm. Ich glaub, den hab ich mal gesehen als Jugendlicher. Das ist so ein Film, an dem sich Guardian of the Galaxy orientiert hat. Ah! Der ist aus den 80ern, oder? Jo, ein bisschen später. Anfang 90er? Ich würd sagen Anfang 90er. Also wie er da aussieht, das kommt mir da bekannt vor. Aber was ist denn Sick of Myself? Sick of Myself ist ein wirklich fieser Film über eine narzisstische junge Frau, die in einer sehr schlimmen Beziehung lebt. Denn die beiden ergänzen sich nicht wirklich, die beiden unterstützen sich nicht wirklich, die beiden wollen sich eigentlich nur gegenseitig übertrumpfen. Wenn der eine durch seine Kunstausstellung irgendwie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegt als sie, muss sie eben zu russischen Pillen greifen, um sich zu entstellen, einen gewissen Hautausschlag zu entwickeln. Das ist ein Film für mich, die guck ich mir sofort an. Also ey, wirklich, ist ein fieses Ding. Die Bahnleben. Ist ein fieses Ding. Und im Kern eigentlich auch echt traurig, weil er halt das widerspiegelt, was so vielen Menschen eigentlich heutzutage so ein bisschen, ja, das Leben schwer macht. Nämlich halt auch, ja, das bisschen, das Bedürfnis nach Verständnis, Aufmerksamkeit und irgendwie sich von jemandem verstanden zu fühlen. Also ist es ein Drama oder ist es eine Groteske? Beides. Cool. Aber ich würd sagen, mehr Groteske als das. Oh, das guck ich mir an. Ja, wie gesagt, und es ist halt echt auch schon fies, ne, weil diese Pillen, die sich reinballern, die führen halt zu echt, ich würd schon fast sagen, Mutationen. Die russischen Mutationspilchen wieder aus Versehen eingeworfen. Sie macht's halt wirklich nur aus Filmgeilheit, ne? Also das ist halt echt schwer anzuschauen. Ehrlich? Okay. Und dann haben wir noch einen echten Klassiker in der ARD-Mediathek. Wie Sick of Myself war auch ARD-Mediathek. Für ein paar Dollar mehr die Fortsetzung von Sergio Leone mit Lee Van Cleef als, was ist er, Offizier auf der Suche nach den Mördern seiner Frau. Ist das Klaus? Ja, das ist Klaus Kinski, ja. Als muckliger Killer und Bösewicht vom Dienst. Und ja, äh, sehenswert, natürlich. Ja. Fast musikalisch noch einen Tick geiler als der erste. Ich weiß nicht, über den Inhalt, ich find die beide gleichwertig. Es gibt Leute, die sagen, sie finden für ein paar Dollar mehr besser. Ich, keine Ahnung, es hängt tagesformabhängig. Der dritte ist der beste, meiner Ansicht nach auch. In welchem hat er denn die Metallplatte unter dem Poncho? Im ersten. Im ersten. Im ersten, oder? Nein. Im ersten. Stehen, auf einmal auch zum Klönk und dann fällt die Platte runter. Genau. Das ist für eine Handvoll Dollar. In Zukunft drei ist das, was du meinst. Okay. Richtig. Aber ja, das ist für eine Handvoll Dollar. Das ist für ein paar Dollar mehr, das ist die Fortsetzung. Und das, was du meinst, ist The Good, The Bad, The Ugly. Das Finale auf dem Friedhof im Kreis. Da hat aber keiner eine Metallplatte in der Brücke. Wäre geil, wenn alle drei eine Metallplatte hätten. Vielleicht zeigt er sie mir nicht. So, komm, jetzt haben wir noch ein bisschen was zum Streamen. Fein. Da haben wir zum einen, äh, Chicken Run. Dawn of the Nugget. Eine Fortsetzung des, äh, Artman-Films Chicken Run, wo die Hennen, die jetzt eigentlich ein, äh, ja, eine Insel gefunden haben, auf der sie in Freiheit leben, zurück in die Zivilisation kehren, um anderen Hühnern zu helfen. Oh. Hab ich noch nicht gesehen. CGI oder immer noch Knete? Knete. Hatten wir neulich darüber gesprochen, dass die keine Knete mehr haben? Okay. Ja. Dann haben wir Finest Kind. Es ist ein Drama mit Tommy Lee Jones unter anderem, mit Jenna Ortega und mit Ben Foster, wo es darum geht, dass, ähm, das Boot eines Fischers wird beschlagnahmt von der Küstenwache. Und der Sohn und sein Halbbruder versuchen jetzt halt nun irgendwie aus der Sache rauszukommen und müssen sich damit mit Bostoner, und lassen sich deswegen mit Bostoner Gangstern ein. Und die Freundin von dem einen, gespielt von Jenna Ortega, wird da auch noch mit reingezogen. Soll erst, auch erst ein Drama sein und wird dann irgendwann zum Gangster-Thriller, ähm, der aber nicht so, nicht mehr ganz so gut ist wie das Drama, was sie vorher zeigen. Okay. Hab ich vorher noch nie von gehört, aber ich hab gedacht. Vielleicht ist es einer dieser total hochwertigen Filme, die niemand kennt. Kann gut sein. Sagen wir mal, auf der, auf der suchen bin ich ja ständig. Ich hab gehört, dass Paramount Plus und, äh, Disney, glaub ich, fusionieren? Fusion, ne, Paramount Plus und Apple. Ja? TV fusionieren. Fänd ich jetzt auch nicht die verkehrteste Entschuldigung. Hätte ich Bock drauf. So, auf Prime Video haben wir noch, äh, The Cell von Tarzim Sink. Der hat mir wirklich gehörig die Schuhe ausgezogen, als ich den damals im Kino gesehen hab. Ich fand den so verstörend, ey. Vor allem diese Kindesmisshandlungsszenen da. Da ist er doch in so einem Schrank und sieht sich selber zu, wie er von seiner Mutter mit dem Bügel ab. Ja, ja. So, ey, ich kam aus dem Kino, ich war so verstört und die Musik ist so fett. Also ich find den künstlerisch Wahnsinn. Ja, Inhalt ist fett. Ich fand den ein bisschen unspannend, so. Die Idee und das, die Story ist nicht so geil, aber diese Bilder. Ja, die Bilder sind auch. Wenig, wenn es ein Tarzim war, glaub ich. Genau, Tarzim, ja. Äh, der macht halt solche Bilder und da, jedes, ich liebe ja, allein schon diese Intro-Sequenz da in Suess Flaida, in diesem Salzsee mit der Wüste. Äh, der hat auch The Fall gemacht. The Fall, genau. Genau. Auch ein optisch fantastischer Film. Mega, also nur dafür sollte man sich das mal angucken. Ja. Und ich hab den schon lange nicht mehr gesehen, ich hab Lust, mir den mal wieder anzugucken. Der ist nicht so verkehrt. Nee, der ist nicht so verkehrt, aber halt vor allem eben aufgrund der Welten, der Bilder, der Sadomaso, Fantasie, die da drin vorkommen. Alle 30 Sekunden kriegst du fettesten Bilder, die, wo du genau weißt, da saß jemand fünf Monate drauf, um das genau so auszubauen. Und Vincent Donofrio ist ja, glaub ich, der, der Bösewicht. Da hab ich dann auch das Respekt vor ihm. Äh, den seh ich ja auch immer gerne in seinen, seinen verrückten Rollen so, also mochte ich. Ja, für Freunde. Auch sie ist gar nicht so nervig. Nö, nö. Ich mein, die hat ja damals dann ne ganz gute Phase gehabt, ne? Also ich mein, Anaconda, okay. Aber out of sight, ne? Also U-Turn. Das war ihre erste Versuche, ne? Ja. Richtig groß zu werden, ja. Aber das war schon in Ordnung. So, etwas deutlich Ruhigeres, aber ich muss sagen, ich hab mir, den hab ich mir gestern angeguckt. Ähm, fand ich schon interessant. The Outfit. Und hier geht es um eine Schneiderei in Chicago der 40er, 50er Jahre, geführt von Mark Rylance, den alle nur Englisch nennen, also weil er halt Brite ist, aus England hergekommen ist und ne Schneiderei eröffnet hat. Fast, ja. Aber er hat gleichzeitig halt auch einen toten Briefkasten in seinem Laden. Das heißt, am Tag kommen zig Gangster in seinen Laden rein, schmeißen in diesen Briefkasten Post und irgendwann am Ende des Tages kommt halt der Sohn des Gangsterbosses und noch ein anderer Kollege und holen diese Briefe halt raus. Und eines Tages befindet sich aber ein Brief mit einem Symbol in diesem Briefkasten drin. Und der führt zu jeder Menge Komplikationen, sodass dann halt irgendwann, und das ist halt dann die Ausgangslage, ähm, der Sohn des Gangsterbosses angeschossen von seinem Kollegen in die Schneiderei gebracht wird und Mark Rylance soll ihn zusammenflicken. Und daraufhin entspinnt sich das, worum's da alles geht so und es gibt ne Menge und das findet aber alles nur in dieser eben Schneiderei dann letztendlich statt. Also irgendwann bleibt's halt nur in dieser Schneiderei. Mit, ähm, wie heißt sie noch? Zoe Deutsch. Zoe Deutsch, genau. Zoe Deutsch ist noch mit dabei. Dann dieser Junge aus Mace Runner, der spielt den Gangsterboss-Sohn. Und ja, Mike Rylance spielt halt den Schneider. Ich mag den Untertitel. Verbrechen nach Maß. Natürlich hat jemand mitgedacht, weil es ist ja quasi, ne, die Schneidern ja Kleidung. Und da muss man ja Maß nehmen. Genau, und deswegen ist es ein ziemlich smarter, doppelbödiger Begriff als Titel. Ja, aber Mark Rylance betont auch in dem Film mehrfach, dass er kein normaler Schneider ist, sondern ein Maßschneider. Das ist auch ein gewaltiger Unterschied, finde ich. Ja. Hast du schon mal Maß, warst du schon mal beim Maßschneider? Ja, mein Hochzeitsanzug ist Maßschneider. War das nicht geil? Ja. Hast du schon mal ein Maß getrunken? Nee, ich trink doch kein Bier. Sich. Ach. Okay, also kann man den durchaus machen. Ist ein kleiner... Erinnert so ein bisschen an den Tom Hardy-Film, ne, wo er in der Bar arbeitet. Ja, The Drop, ja, The Drop, ne? Ja, ja, genau. Und ja, es ist, ey, wirklich, es ist ein kleiner, elegant, fein gefilmter, verschachtelter Krimi. Und das ist relativ neu, ne? Relativ neu, ja. Also ich mochte den, ich fand den cool. Oh, cool. So. Was ist das in der Mitte? Das in der Mitte ist der vierte Diana-Jones-Film. Ach nee, der lief ja dieses Jahr, ne? Ja, der lief ja dieses Jahr im Kino. Und ich weiß gar nicht, haben wir jemals zu dritt schon über diesen Film hier in der Sendung gesprochen? Ich glaub schon, ja. Also ich glaub nicht mehr. Müssen wir das jetzt nehmen, oder? Willst du? Na, was heißt will ich? Also ich will einfach nur darauf hinweisen, ab dem 15.12. ist er jetzt bei Disney Plus erhältlich. Also ich finde, man sollte sich den mal angucken. Ich werd mir den über die Feiertage nochmal mit meinem Schwiegervater angucken. Ich würde das nicht sagen, wenn da der dritte Teil stände, weil das ist, äh, Entschuldigung. Reden wir vom vierten Teil? Das ist doch der fünfte, oder nicht? Fun joke. Ach so. Ach, Entschuldigung, Daniel. Entschuldigung, Daniel. Ja. Also, der ist nicht gut. Er ist aber nicht so schlecht. Ja, er ist, er ist nicht so schlecht wie der vierte. Aber, das ist natürlich auch nicht ein Maßstab, an dem man Indiana Jones Filme normalerweise messen will. Ähm, ich glaube, ich hab dazu auch schon viel gesagt, aber es ist halt einfach, er ist halt einfach zu alt für diese Rolle. Äh, auch wenn sie das eigentlich versuchen charmant zu lösen, indem sie das in die Story sozusagen mit reinholen. Die haben sie ja auch keine Alternative, aber es ist ein Film, der eigentlich überhaupt nicht gebraucht wurde. Also, für den ist eigentlich gar kein, weder hat irgendjemand danach gefragt, so ein bisschen wie die neue Star-Wars-Kilogie mit Ray, wo man sagt, okay, ihr habt aber schon mitgekriegt, dass die Leute das gar nicht wollen, aber egal, Disney ist Disney und macht einfach, was sie wollen. Und, ähm, er hat ein paar charmante Szenen und man sieht halt irgendwie, oder wir aus dieser, unserer Generation, wir sehen Harrison Ford immer gerne. Mir geht immer das Herz auf, wenn ich den irgendwie sehe. Ich hab einfach Bock auf Harrison Ford. Aber ich fand, muss sagen, das Ende da mit der Zeitreise und dann im römischen Reich, äh, nicht römischen Reich, äh, wo die da... Bei den anderen Griechen. Bei den alten Griechen und alles, das war mir, das war mir alles zu quatschig, muss ich sagen. Ich mag, dass Indiana Jones immer auch so ein bisschen mystik und übernatürlich ist, aber auf eine subtilere Art, aber nicht jetzt... Mysteriösere. Ja, mysteriöse Art, aber nicht, nicht in dem Ausmaße und das hat für mich einfach am Ende nicht funktioniert. Da hätt ich mir was Bodenständigeres gewünscht. Aber hingegen der Kritikpunkt an Phoebe Waller-Bridge, die fand ich okay. Ich fand die super. Also das hat mich überhaupt nicht gestört. Ist dir mal aufgefallen, dass die ungefähr 70 Prozent Energie bei sich rausnimmt? Wenn du die in anderen Filmen oder Serien guckst, die macht so viel mit dem Gesicht, Körpersprache, mit der Stimme. Was soll das denn? Und hier ist sie ultra cool. Und sie spricht mit Sicherheit bestimmt 50 Prozent langsamer. Und dadurch wird sie eine komplett andere Person. Ich hätte das niemals erwartet und ich verstehe niemanden, der sie dafür verurteilt, dass sie da irgendwie in diesem Film ist. Null. Das waren wahrscheinlich die gleichen, die auch Fleabag irgendwie doof fanden. Ich fand sie als Sidekick jetzt auch nicht so verkehrt. Vor allem, ich fand's mal ganz charmant. Das war ja kein Love Interest. Nein, war einfach nur eine Kollegin. Die ein bisschen undurchsichtig ist. Ja, und vor allem halt auch eben nicht fehlerfrei. Also sie ist ja eine Opportunistin hoch 10. Und irgendwie fand ich das mal ganz angenehm, abwechslungsreich. Vor allem ist jetzt auch Phoebe Waller-Bridge nicht eine, die du schon tausendmal gesehen hast, wo du schon genervt bist von ihrer Art oder so. Wer kennt Fleabag? Also ich find, die hat da gut reingepasst und ich mag die auch nicht so sympathisch. Und ohne die wäre der Film ja deutlich unlustiger und langweiliger gewesen. Stell dir vor, nur der Junge wäre drin gewesen und nicht sie. Ja, der Junge, nee, der war da, aber das war auch okay. Also ich würd sagen, beim ersten Mal gucken im Kino war ich ein bisschen irritiert und konnte das alles nicht so richtig aufnehmen. Hatte aber ein paar Highlights. Und dann hab ich ihn noch mal zu Hause geguckt nach dem Release. Und da hab ich gemerkt, dass es kaum Szenen gibt, auf die ich mich freue, bis auf, seltsamerweise, das Finale in Griechenland. Weil ich denk, das war dann so drüber. Und ich hab gemerkt, die Nähe, das kam. Ich so, oh, gleich kommt diese Zeit. Aber das ist so ein bisschen das Problem an dem Film, dass es nicht so richtig geile, memorable moments gibt, die andere Indiana Jones, bei allen anderen Indiana Jones, also außer vielleicht jetzt den vierten, hast du so Momente, auf die dich richtig freust. Auch die kommen alle 20 Minuten. Auch zum Beispiel bei Last Crusade. Ich freu mich da jedes Mal, wenn sie am Ende in diesen Tempel kommen. Oder wenn sie da in dieser Bibliothek sind in Venedig oder so. Oder die Bootsfall. Da gibt's so ein paar Szenen, Panzerfall. Und du denkst immer, oh, gleich kommt Dach. Ja, ja, ja. Und das hast du hier leider überhaupt nicht. Und da fehlen mir wirklich so diese Momente, da hätte ich mir mehr Kreativität gewünscht. Ich hab das Gefühl, sie wollen das dann überkompensieren mit dieser Over-the-top-Endsequenz. Aber die hat mich nicht abgeholt. Und dadurch fehlt mir dann einfach was in dem Film. Wenn man die geil findet und das irgendwie super findet, dann ist das vielleicht was anderes. Ich hab noch einen ganz klaren definierten Kritikpunkt. Das ist diese Geschichte, dass Mats Mikkelsen am Anfang auf dem Zug steht, der Zug fährt mit 80 km oder lang. Und dann kommt plötzlich dieser Balken von irgendeinem Gerüst oder so, kommt dieser Balken angefahren und moscht ihn quasi vom Zug runter. Und ich hab gedacht, oh, das war ein kurzer Auftritt von Mats Mikkelsen. Das hätte ich nicht gedacht, dass die ihn so schnell abschießen. 21, 22, 23, da ist Mats Mikkelsen. Sieht genauso aus wie vorhin. Aber die Eröffnungssequenz ist noch das Beste am ganzen Film. Ja, aber die hat auch Macken, finde ich. Aber da ... Also ich mein ... Aber da machen sie sich, da versuchen sie zumindest mal was. Was du halt sagst, ist halt so ein bisschen aber auch immer so das Dilemma, in dem wir stecken. Weil wir freuen uns auf Szenen aus diesen alten drei Filmen, weil wir diese alten drei Filme halt schon zigtausend Mal gesehen haben. Also du ... Ich versteh, was du meinst. Und ich geb dir auch vollkommen recht. Du hast keine vergleichbare Panzerfahrt zum Beispiel aus Indiana Jones da drin. Du verstehst, was ich meine. Das würd ich nicht unterschreiben, Daniel. Was denn? Ich geb dir Brief und Siegel, dass als du 1990, 1989 in die 3 gegangen bist und danach aus dem Kino kommst, da hast du gesagt, Alter, dann passiert das, dann passiert das und dann passiert das. Und wenn ich gleich ins Kino geh, dann passiert das am Ende. Und dann die Flugzeugsequenz. Das hast du bei dem Film nicht. Ganz egal, wie oft du den Film gesehen hast. Ich, als inzwischen 47-Jährige. Nein, aber ich wollte sagen, bei diesem Film, bei diesem Film hättest du damals das gesagt, bei Teil 3. Und hast gesagt, direkt nach dem Kino, da gibt's so viele ... Bei dem hast du es nicht. Ganz egal, ob die Vergleichswerte ein bisschen unfair sind. Ey, wie gesagt, ich geb euch ... Ich will euch gar nicht widersprechen. Ihr habt recht, es sind nicht diese Szenen drin enthalten, die die ersten drei Filme enthalten. Auf gar keinen Fall. Also so inkonisch. Aber ich find's halt auch immer ein bisschen schwierig, weil wir natürlich schon in einer gewissen Art und Weise mit diesen Filmen mitgewachsen sind und halt viele Sachen irgendwie uns ... Uns mit vielen Sachen angefreundet oder akzeptiert haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, wenn ich diesen Film mit zehn Jahren zum ersten Mal gesehen hätte, ob ich das wirklich scheiße gefunden hätte. Das kann ich nicht sagen. Scheiße, wir reden nur von ... Da muss ich verschiedene Sachen dazu sagen. Ich lese mal ein bisschen Zeitung. Erstens ... Ich möchte dir nicht widersprechen, ne? Also weiß, aber erstens ... Ist doch scheißegal, was ein Zehnjähriger denkt. Also keiner guckt hier die Sendung, damit du das Sprachrohr für Zehnjährige bist. Sondern du bist das Sprachrohr für jemanden, der Filme liebt, seit dein Kind ist. Das ist eine Differenzierung. So, also, das heißt, es interessiert mich überhaupt nicht, ob das für einen Zehnjährigen passt. Oder nicht, diese Diskussion müssen wir nicht führen. Wir sind ja hier nicht bei Checker Tobi. Es geht nicht darum, ob ... Moment, und das Zweite ist, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe von Indiana Jones 5, wenn wir das mal fragen? 20 bis 40. Ja, eben. Also, einem Zehnjährigen brauchst du ja mit Indiana Jones gar nicht kommen, weil der hat die ersten Filme ja gar nicht gesehen, weil er die noch gar nicht gucken kann. Der hat das gar nicht. Also, da frage ich mich dann eher, an wen soll ich es sich richten? Ist ja okay zu sagen, wir wollen, so wie sie es mit Ghostbusters machen, okay, wir legen das noch mal neu auf für eine junge Generation. Dafür taugt der nicht. Dafür ist zu viel alter Mann so. Also, es ist eher für uns, und für uns ist es aber auch irgendwie nix. Also, und der Film ist ja auch gefloppt. Ja. Weil man sich halt fragt, es ist nichts Halbes und nichts Ganztes, es ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Für wen ist denn der Film jetzt? So, er ist nicht für die Leute, die in den 80ern Indiana Jones geguckt haben, er ist aber auch nichts für eine neue Generation. Aber er will für beide das eigentlich sein. Er will für beide sein. Und er reicht's aber nicht. Sonst hättest du nicht Phoebe und den Jungen nicht drin gehabt. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, gibt's in dem Film noch einiges, was mich trotzdem erreicht. Auch als alter Indiana Jones Film. Gibt's schöne Momente da drin? Die letzte Szene war ganz schön. Die letzte Szene, aber es gibt auch, und das ist etwas, was ich jetzt vielleicht dann ein bisschen, ich mein, du hast ihn jetzt einmal gesehen? Ich glaube, ja. Ich hab den jetzt halt schon viermal gesehen. Und es gibt tatsächlich auch ein paar echt coole Momente da drin, die vorher schon stattfinden, wo ich gedacht hab, oh ja, das ist halt schade, weil James Mangold meiner Ansicht nach auf genau solche coolen Momente weniger den Fokus legt als ein Steven Spielberg. Dafür halt andere versucht, Dinge hervorzuheben, die ein Spielberg, glaub ich, nie gemacht hätte. Und es gibt diese schöne Szene, wenn er noch mal über seinen Sohn auf dem Boot, sie sind irgendwann mal auf diesem Boot, und dann erzählt er noch mal über A, seine Frau, und halt auch über den Sohn. Und wenn man das im Original hört, dann gibt's da so einen ganz kleinen Moment, bei dem Ford so seine Stimme so ein bisschen wegbrechen lässt. Kriegt der, ja. Und das fand ich, das ist mir beim ersten Mal... Und das geht verloren in der Synchro übrigens. Genau. Und das ist mir beim, die ersten beiden Male, als ich den Film gesehen hab, auch gar nicht irgendwie... Ich hab den auf Deutsch oder auf Englisch gesehen. Ich hab den auf Englisch gesehen. Das ist mir bei den ersten Malen gar nicht so aufgefallen. Das ist mir erst aufgefallen, als ich mit euch im Kino war. Ja, und da dachte ich, boah, das fand ich jetzt aber schon irgendwie Gänsehaut-Moment. Es ist ein ganz kleiner Moment. Und ich wette, Steven Spielberg hätte daraus einen deutlich größeren Moment gemacht. Und dann hast du halt aber auch das Problem, dass der Film mal viel zu lang ist. Also ich mein, jetzt mal ehrlich, der hätte doch nicht... 20 Minuten raus. Ja, also der muss doch nicht 160 Minuten sein. Das ist, also, und da geb ich dir vollkommen recht. Für wen ist dieser Film eigentlich gemacht? Und irgendwie haben sie es versucht, für alle irgendwie machen zu wollen und dann möglichst viel anbieten zu wollen. Aber das ist, glaub ich, dann immer der große Knackpunkt. Wenn du's für zu viele Leute, wenn du zu vielen Leuten gefallen willst, wirst du wahrscheinlich zwangsläufig auf die Fresse fallen. Trotzdem wird der niemals so schmerzen, wie neulich, als wir uns Teil 4 noch mal angeguckt hatten für den Podcast. Das glaub ich auch. Weißt du, so sehr tut der nicht weh. Nee. Bei weitem nicht. Und ich bin jetzt halt gespannt... Hier kannst du sagen, oh, das war nicht irgendwie sauber und hm, das hat mich nicht so erkriegt. Aber wehtun tut er nicht. Ein Feiertags... Ein Feiertagsprogrammpunkt ist für mich auf jeden Fall den mit meinem Schwiegervater zu sehen. Der hat den noch nicht gesehen. Und ich hab da echt ein bisschen Bock drauf. Cool, ja dann. Also zu Hause... Zu Hause... Er mag Filme. Der ist ja auch nicht so... Er guckt da auf den so... Oh, Flugzeug. Weißt du? Der mag die Filme, auch die alten Filme sehr gerne. Und deswegen... Ich bin gespannt, was er sagt. Also ich hab echt Lust drauf. Ja. Cool. Gut, so. Wir machen einen kurzen Break und melden uns gleich zurück mit ein paar schönen Themen. Bis zum nächsten Mal. So, herzlich willkommen zurück. Wir wollen mal ein bisschen frei parlieren über ein paar Themen, die jetzt gerade hier so angeschwommen wurden sind. Unter anderem die Golden Globes Nominierung. Habt ihr euch die angeguckt? Wir noch nicht. Ich wollte mich überraschen lassen. Ja? Frau Hüller ist nominiert. Das hab ich gesehen. Sandra Hüller. Das hab ich gesehen. Jetzt das. Die Dame aus Toni Erdmann. Hast du Toni Erdmann gesehen? Nein. Weiß ich, wer sie ist. Und jetzt Anatomie eines Falls ist sie jetzt für die beste weibliche Hauptrolle nominiert worden. Hat gerade einen Lauf. Einen wohl verdienten guten Lauf hat sie gerade, ja. Und Anatomie. Und hier dieser neue Pearl. Nee, wie hieß der? Der neue Film von dem ... Ich will jetzt sagen Enter the Void. Under the Skin. Jonathan Glazer. Jonathan Glazer. Der hat neun ... Der KZ-Film. Der KZ-Film, ja. Da spielt sie ja auch die Hauptrolle. Und ja. Und ja, ich mein, ey. Oppenheimer, Barbie, acht und neun Nominierungen, glaub ich. Und danach kommen ... Barbie, wieso kriegt Barbie denn so viele Nominierungen? Barbie kriegt ... Ich hab den noch nicht gesehen, muss ich gestehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Film ... Ich überleg dauernd, ob ich den falsch geguckt hab. Weil der mir nicht so gut gefallen hat. Aber der so überall gefeiert wird. Und ich den überhaupt nicht so geil fand. Ah ja. Barbie. Oppenheimer, ich glaub, das ist neun, acht. Und Killers of the Flower Moon, sieben. Das ist ja ne Unverschämtheit. Ja. Aber ... Ja. Also ... Ich sag mal so, die haben ja genug Leute und Personal, um das überall irgendwo anzubringen. Ich hab mich nur ein bisschen gewundert. Ähm ... Oppenheimer bei Comedy oder ... Action Adventure. Aber ... Also zum Beispiel ... Also, beste Hauptdarstelle Musical-Komödie. Hätte man da nicht irgendwie mit Ryan Gosling? Rechnen können? Für Barbie. Für Barbie? Ja. Ist er gut? Macht er das gut? Ich find, er macht das ganz gut. Ist witzig? Ja, ist witzig. Schon. Aber sie haben tatsächlich hier Timothy Chalamet in Wonka, Matt Damon in Air, Paul Giamatti in Holdovers, Joaquin Phoenix in Bow is Afraid, Jeffrey White in American Friction und Nicolas Cage in Dream Szenario. Ja, den haben wir noch nicht gesehen. Der kommt erst noch. Aber fand ich jetzt überraschend, dass der ausgerechnet da fehlt. Mir fällt auf, ich hab Air geguckt und ich hab keine einzige Erinnerung mehr an den Film. Kannst mal sehen. Ben Affleck? Ja, Ben Affleck. Der ist zum Beispiel auch... Finde ich nicht so... Ist nominiert als beste Komödie. Er? Er, ja. Zusammen mit Barbie. Als beste Komödie des ganzen Jahres. Ja. Ich meine, das ist in der Film, aber das ist doch nicht hier so. Hier ist der Olymp, bitte. Bye, bye. Ich meine, Eddie kann sich noch nicht mehr erinnern, was da so passiert ist. Das leutet sich zu viel bedeuten. Nein, 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 nein. Ich find schon, wenn es geil wär, wenn es richtig, wenn es dich beeindruckt hätte... Hallo Tim. Hallo Stefan. Wenn es dich beeindruckt hätte, wüsstest du jetzt zumindest noch drei Ecken. Oh, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Sie haben Ryan Gosling als bester Nebendarsteller nominiert für Barbie. Hm. Okay. Das ist natürlich dann auch eine Option. Noch irgendwelche... Wer moderiert die? Steht, glaub ich, noch nicht fest. Also hab ich jetzt... Oh, da bin ich neugierig. Ja. Weil Jimmy Kimmel macht die Oscars. Nee, Jimmy Kimmel hat die Oscars gemacht. Und wer hat die Globes letztes Mal gemacht? Waren die letztes Jahr überhaupt? Gab's die? Die hatten doch diesen... Ach ey, keine Ahnung. Ja, ansonsten, also vor allem filmtechnisch echt sehr erwartbar, was da die großen Titel und Namen angehen. Bester Auftritt in einem Stand-up-Comedy-Programm oder TV? Oh. Ricky Gervais für Armageddon. Der kommt doch erst noch. Trevor Noah für Where Was I? Chris Rock, Selective Outrage. Amy Schumer, Emergency Contact. Sarah Silverman, Someone You Love. Wanda Sykes, I'm an Entertainer. Hm. Hab ich alle nicht gesehen, glaub ich. Ich hab nur das Selective Outrage gesehen. Wenn ich jetzt... Das Armageddon ist noch nicht draußen? Ich glaub, das kommt... Ist das nicht richtig alt schon, das Armageddon? Das ist das letzte. Es kommt doch jetzt im Dezember, kommt ein neues. Ich meine, das ist Armageddon. Aber vielleicht verwechsl ich's auch. Wir haben ja Mitte Dezember. Nee, Ende Dezember. Jetzt im 20. und 24. kommt das neue Ricky Gervais. Aber ja, ist ein bisschen eine willkürliche Mischung. Aber frag ich mich auch wieder, die Kriterien sind. Ist es witzig und gut und smart? Im Zweifel. Aber ich hab da, ich hab einige Stand-Ups geguckt, die da alle nicht genannt wurden. Also Amy Schumer weiß ich jetzt nicht so viel lustiger ist als das letzte Bill Burr oder Tom Segura Special. Also das ist alles so ein bisschen... Ja, vielleicht wollten sie... Die zockt sich auch ganz gut, die Gags zusammen, ne? Ja, wo wird ihr vorgeworfen? Ja, guck dir mal die Vergleichsvideos an. Das ist schon ein bisschen... Naja. Hab ich keine... Es kommt jetzt übrigens ein, falls nicht, hast du den von dir mitbekommen, Society of the Snow heißt der. Die Schneegesellschaft wird der, glaub ich, hier in Deutschland dann heißen. Das ist der Alive. Also die Geschichte aus Überleben haben sie noch mal verfilmt. Ja, okay. Und kommt jetzt zu Netflix, glaub ich, jetzt auch über die Feier. Alive, dieser Flugzeugabstuhl? Genau. War damals einer meiner Lieblingsfilme. Ja, ich bin gespannt, was jetzt neu raus war der Regisseur. Als Film oder als Serie? Als Film. Okay, ja, das würde mich dann interessieren, was die da anders machen. Weil im Grunde genommen macht der erste, der ursprüngliche Film ja alles richtig. Ja, du... Also auch moralisch, ne? Das ist ja die große Frage in der zweiten Hälfte. Vielleicht haben sie jetzt einen neuen Ansatz. Vielleicht wollen sie es einfach mit den technischen Mitteln noch mal etwas... Ich finde, das sieht gut aus. Der Absturz sieht bis heute noch cool aus. Hacken der Gestalten oder so. Wer ist denn der Regisseur? J.A. Bayona, oder? Ja. J.A. Bayona, der auch hier sieben Minuten bis Mitternacht gemacht hat und auch den zweiten Jurassic World, glaube ich. Ist er... Aus welchem Land kam das Flugzeug? Ach so, das... War das... War das... Argentinien? Das war doch irgendeine Fußballmannschaft, ne? Ja, ja. Rugby-Mannschaft. Rugby? Uruguay. 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 Ja, das genau da oben in den Bergen. Also ich finde die Geschichte unglaublich faszinierend und natürlich immer noch erschreckend. Und ich bin so ein bisschen vorsichtig neugierig, ob das irgendwas addieren kann oder einen neuen Blickwinkel eröffnet für die Geschichte, die ja wie gesagt wahr ist. So skurril und seltsam das mal sein mag. Ich glaube, den würde ich mir angucken. Glaubst du, sie fragen den Gervais für die Golden Globes noch mal an? Nein! Also selbst wenn er... Er würde es machen wahrscheinlich. Obwohl, nee, würde er nicht mehr machen. Er hat letztes Mal schon so gesagt, dass ihm alles egal ist und so. Keine Ahnung. Glaube ich nicht. Aber es wäre mal wieder an der Zeit für jemanden ein krawalliges vorne, finde ich. Ja, aber die Globes sind ja halt nun mal auch gerade durch ihre Machenschaften im Hintergrund in die Kritik geraten. Ich weiß nicht, ob die sich dann so ein... Dann gibst du denen halt noch ein bisschen mehr Alkohol. Die sind ja eher lebsoft nach einer Stunde da. Das ist doch das Schöne bei den Globes. Die Oscars haben sich wieder für Jimmy Kimmel und damit für die... Brave, ordentlich. Wobei ich Kimmel eigentlich schon ganz sympathisch finde. Aber ich kann diesen Gedankengang komplett verstehen. Ist aber auch so ein bisschen... Hat ja auch letztes Jahr gemacht, ne? Da weißt du, was du kriegst. Ist so... Nummer sicher. Ist Nummer sicher, ja. Ja. Aber sie haben jetzt schon den ersten kleinen Aufreger wieder gehabt, als sie die Shortlist für die Special Effects bekannt gegeben haben. Soll ich mal vorlesen? Wegen Oppi? Ja, wegen Oppenheimer, ja. Ant-Man and the Wasp. Quartmania. Aquaman. Lost Kingdom. Da verstehe ich gar nicht, warum der da drauf ist. Der ist noch gar nicht... Na, egal. Barbie. The Boys in the Boat. Sagt mir nix. The Creator. Dungeons & Dragons. Godzilla minus one. Guardians of the Galaxy 3. Indiana Jones. Fünf. War da nicht so schnell. Nicht so schnell. Killers of the Flower Moon. The Marvels. Mission Impossible 7. Napoleon. Newat. Das ist so eine Netflix-Produktion. Four Things. Rebel Moon Teil 1. Auf Netflix. Dann jetzt hier ist Society of the Snow. Den gibt's auch noch nicht, Rebel Moon. Nee, den gibt's auch noch nicht. Spider-Man, Across the Spider-Wars, Transformers, Aufstieg der Bestien und Wonka. Das sind die Filme, die jetzt bislang auf der Shortlist betreten sind. Warum gab's einen Shitstorm? Naja, weil sich Leute fragen, wieso ist Oppenheimer nicht dabei? Also was hat er denn an? Wie viele Special Effects hat er denn? Naja, das ist ja die Frage. The Killer von David Fincher ist zum Beispiel auch nicht dabei. Und ich hab mir jetzt so ein Video angeguckt. Ich auch, ja. Ja, das allein mit dem Motorradhelm. Wo die Kamera hier so vor dem Motorradhelm ist und dann... Ein 3D-Modell? Also... Aber hätt ich jetzt, also beide Filme, Oppenheimer und The Killer, wären jetzt auch bei Special Effects nicht direkt bei mir. Also Oppenheimer, ich muss sagen, vielleicht ist das auch so ein bisschen dann die Quittung dafür, dass man halt die ganze Zeit darauf gepocht hat oder beziehungsweise so oft hervorgehoben hat, dass man ja keine CGI-Effekte im Film hat oder so. Und naja, vielleicht ist es für die Academy oder für die Leute, die das auswählen, nach wie vor wichtige, eine möglichst große Menge an CGI-Effekten zu sehen. Die Frage ist ja auch, ist diese Kategorie Special Effects oder Visual Effects, ne? Ja, also VFX heißt es ja eigentlich. Weil letzten Endes ist das, was er natürlich bei Oppenheimer gemacht hat, diese ganzen Close-Ups mit den Partikeln, die da so rumrauschen, ist ja alles Miniatur, ne? Und dann in Verbindung mit dieser angeblich so gewaltigen Explosion, die nach nichts aussieht, finde ich, aber egal. Aber da könntest du sagen, das sind halt Special Effects. Und Visual Effects ist halt sowas wie Quantumania, wo du quasi nur Greenscreen hast. Du willst vielleicht einfach auch den ganzen CGI-Artists einen Preis verleihen. Ja, aber die machen ja bei Top Gun und 1917 und The Killer und Oppenheimer machen die ja auch ihre Arbeit. Und die machen sie ja so gut, dass du es ja fast nicht siehst. Das ist ja das Unfaire, ne? Die besten Effekte sind ja die, die man nicht als solche wahrnimmt. Der Fluch der guten Tat. Ja, und das meine ich. Also, das ist so, da ist so ein bisschen, herrscht so ein bisschen dieses Gepanz irgendwie vor, dass Leute halt eher was sehen wollen, was dann gut aussieht, als irgendwie nicht registrieren, wenn etwas halt eben nicht als digitaler Effekt zu erkennen. Ich finde das schwierig. Also, erstmal habe ich viele davon nicht gesehen. Und die, die du jetzt aufgezählt hast, wären jetzt nicht bei mir hängen geblieben als, wow, was sind denn da für... Ich meine, das ist eine Respektzollung an Godzilla Minus One, weil es sind keine guten Effekte. Wenn man sich das Wasser anguckt, ja. So, aber, ähm, ich kann das auch nicht verstehen. Aber das sind da Filme dabei, die noch gar nicht released sind? Verstehe ich auch. Aber die Globes sind doch erst in drei Monaten noch nicht. Ne, das ist, das weiß ich, die Oscars. Das sind die Oscars. Achso. Die Oscars, wann sind die? Im März. Ähm... Ja, gut. 10. März 2024. Aber so in zwei Monaten nochmal. Komisch, Filme zu nominieren, die noch keiner gesehen hat. Ja, finde ich auch. Also, und die sie, glaube ich, auch selbst noch nicht wirklich haben sehen können, so, ja. Aber man muss ja auch dazu sagen, es ist Avatar nicht nominiert. Ne, der war ja letztes Jahr. Ist das schon wieder... Ich glaube, der ist es letztes Jahr gewesen, ja. Aber nicht dieses Jahr raus? Ach du Scheiße. Die Zeit rast. Die Zeit rast. Ja, die Zeit rast. Ja, apropos Zeit rast, äh, dieses, ab der Saw X, habt ihr den gesehen, den Zehnten? Ja. Hast du gesehen? Was hast du? Okay. Elfte ist schon angekündigt worden. Melise, ja geil, hab ich Bock drauf. Ach so, ach so, Mel. Da kommt sie, die Folter-Expertin. Geil, 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 geil. Aber was soll das? 9? 27? Keine Ahnung. Ah, das ist das Datum. Das ist das Datum, ja. 27.9. wahrscheinlich. 22, guck mal, genau. 2024, genau. Ja, Mitte 11. Ja, ist ja auch so, mein Guilty Pleasure ist ja auch, äh, sowas, äh, brutale Horror-Geschnetzel. Da bin ich auf meine Kosten gekommen, der ist halt, da brauchen wir nicht drüber reden, ist halt ein Saw-Film. Du guckst den, weil du sehen willst, wie die Leute zu Tode gequält werden, da waren ein paar schöne Apparaturen dabei. Ja. Also, ich fand hier die Gehirnummer, voll schon fies. Ich fand die, ich fand die, äh, wie heißt die, so eine, diese Drahtsäge. Ja, nicht fies. So witzig, wenn ich, wenn ich das gesehen hätte, würde ich genauso wie ihr wahrscheinlich hier sitzen und darüber schmunzeln. Jetzt hört sich das so an, Alter, die Psychopathen unterhalten sich hier. Boah, schön, wie der Drahtsäge den Kopf abgesehen. Ich nehm das ja nicht ernst. Ich weiß ja, es ist ja, es ist, das ist genau das gleiche, wie, hab ich auch neulich irgendwie jemandem erzählt, ähm, die habt ihr nie kennengelernt, Freunde von mir in den 90ern. Ich hatte einen Megastreit mit der, die wollte sich nicht Spiel mir das Lied vom Tod angucken. Ich hab der, ich hab die belabert, immer und immer wieder damit, wie toll dieser Film ist. Und wisst ihr warum? Weil ich ihr erzählt hab, dass da am Anfang ein erwachsener Mann einen kleinen Jungen erschießt. Und sie hat gesagt, nein, so etwas, wer sowas inszeniert und sowas cool findet. Und ich sag, nee, nee, darum geht's gar nicht. Es geht um die künstlerische, den künstlerischen Art des Inszenierens und die Idee. Nein, ist egal, wenn der, weil der das geil findet, wenn ein Mann einen kleinen Jungen erschießt, guck ich mich nicht an. Aber bei, da ist es ja nicht so. Hier ist es eindeutig so, dass man das guckt, weil man's geil findet, wie jemand umgebracht wird. Aber bei Saw ist es auch so over the top, dass mich das nicht in irgendeiner Form berührt. Also da find ich diese City of God-Szene, die geht mir durch Mark und Bein und lässt mich nachts nicht schlafen. Bei Saw, da kann er sich noch 17 Körperteile mit einer Stichsäge absägen. Das ist einfach für mich, da will ich einfach sehen, wie sie es umgesetzt haben. Keine Ahnung, das befriedigt schon irgendwas Krankes, Niedriges. Würdest du sagen, es ist quasi eine Art Fantasie? Ich kann's dir nicht sagen, was es ist. Es ist einfach, warum mag man Splatterfilme? Warum mag man Horrorfilme? Weil es etwas ist, was du sonst nie in deinem Leben sehen würdest. Ja, und weil du irgendwie, du hast die sichere Distanz von der Couch, ne? Das auch, ja. Mir passiert das nicht. Und für mich ist es aber auch eine Form von Kreativität bei der Saw-Reihe. Ich mag jetzt auch nicht jeden Splatterfilm oder so, ne? Aber bei Saw, da ist immer ja auch dieses Dilemma, okay, er würde rauskommen, wenn er sich was ganz Schlimmes selber antut aus dieser Falle, ja? Also, weiß ich nicht, säg dir den Arm ab und dann bist du frei. Und das ist halt so dieses, genau. Und das ist, das hat schon irgendwie so einen Voyeurismus, der da bei mir getriggert wird. Keine Ahnung, ja, was soll ich sagen? Ich wollte das auch gar nicht jetzt so beitreten. Doch, du wolltest mich hier anprangern, dass ich vorgucke. Dass das so komisch rüberkommt. Ja. So, jetzt hier, Oscar-Shortlist, VFX und, äh, Saw. Was hättest du denn gedacht überhaupt? Wer hat denn die besten Special Effects deiner Meinung? Was hat dich denn am meisten beeindruckt davon? Also, wo du im Kino siehst, ohne drüber nachzudenken, denkst du so, wow. Tatsächlich muss ich da, ähm, den Indiana-Jones-Film einmal ins Rennen schmeißen, weil die, ähm, die De-Aging, äh, am Anfang, Sequenz am Anfang, das ist schon technisch deutlich von dem, äh, was wir damals mit, weiß ich nicht, Rogue One zum Beispiel hatten und so, ist das noch mal ein ganzer Schritt weiter? Wenn du die Sequenz vor zehn Jahren jemandem gezeigt hättest, der wär, der hätte nicht verstanden, wie das möglich ist. Genau, genau. Oh, der würde es nicht anzweifeln, das wollte ich sagen. Ja. Weil es sieht tatsächlich sehr gut aus. Ich konnte nicht verstehen, dass die Leute danach gesagt haben, es sieht immer noch nicht gut aus. Natürlich ist es nicht perfekt. Es ist nicht perfekt. Aber ich weiß, dass, ich glaub, wir saßen nebeneinander, ne? Und wir haben uns angeguckt, wie so einer, das sieht aber echt gut aus, ey. Das hätt ich nicht gedacht. Oder vielleicht saßen wir da auch zu. Ja, also, natürlich an den Augen kannst du's mal erkennen, an dem Mund kannst du's mal erkennen. Der Hilfsmittel ist halt diese, diese, diese Lampe, ne? Ja. Die halt ein bisschen ungleichmäßiges Licht macht. Das ist der Vorteil, es ist hauptsächlich im Dunkeln auch. Genau, das ist ein Trick, aber es funktioniert. Aber zum Beispiel ... Aber Lea steht ja da im, äh, beleuchteten Raum und das ist nicht Vorteil. Aber auch die Szene, wenn er sich zum Beispiel durch diesen Zug arbeitet und dann sieht er, wie die, wie die, wie die Nazis oder irgendwelche Soldaten von vorne kommen und dann schnappt er sich so ein Tablett und setzt sich dann so an den Tisch. Und das ist ja trotzdem hell. Und dann gehen sie so alle an ihm vorbei. Das, das hatte diesen tatsächlich alten Harrison Ford Charme. Naja, sie haben ja da zurück auf diese alten Rollen zurückgegriffen, ne? Ja, genau. Haben alles digitalisiert, was, was nicht bei drei auf dem Baum war, aus den alten Teilen. Und haben geguckt, was können sie daraus machen? Und ja, also, ich mein, Spider-Man find ich halt als Gesamtkonzept irgendwie stark. Also, das ist halt einfach was Neues. Ist halt schönes Grafikdesign, ne? Genau, genau. Ähm, Creator wär für mich ein ziemlich, ein ziemlich guter Kandidat. Weil, ja, aber guck doch mal. Also, allein auch mal im Vergleich, wenn du in der gleichen Liste Ant-Man and the Wasp hast, der 250 Millionen Dollar aussieht, äh, 250 Millionen Dollar gekostet hat und aussieht wie irgendwie ein Bildschirmschoner. Ja, aber ist doch so. Dieses DVD-Zeichen ist immer so, dass es endlich in die Ecke kommt. Aber, und dann guckst du dir zum Vergleich einen Creator an, der 80 Millionen gekostet hat und eine Welt erzeugt, die deutlich greifbarer ist. Da würde ich sowas immer viel eher bewerten und viel positiver hervorheben, als eben, ja, okay, wir sind im Quanten-Realm und alles ist bunt. Ja, also, und wir stehen wohl im... Im Quanten-Realm. Realm. Realm. Ja. Ja. Aber hier, Dungeons & Dragons ist mit dabei. Freut mich. Ich glaub nicht, dass er in die nähere Auswahl kommt. Aber das bringt uns dann jetzt mal direkt zu dem anderen Thema, über das wir heute mal reden wollten. Warum guckt man sich Fantasy-Filme an? Und was ist überhaupt ein Fantasy-Film? Das ist nämlich genau das Problem. Ja, und was ist aus dem Fantasy-Film geworden? Warum gibt es nicht mehr den Fantasy-Film, wie wir ihn vielleicht auf Anhieb verstehen? Wenn uns jemand auf der Straße anspricht und sagt, ey, was ist für dich einer der geilsten Fantasy-Filme aller Zeiten? Was würdet ihr instinktiv sagen? Also, als allererstes. Lady Chatterley. Ich sag Geschichte, ähm, unendliche Geschichte. Ja, also, wenn du Fantasy sagst, würd ich wahrscheinlich auch sowas wie Herr der Ringe sagen. Ich glaube... Bei Herr der Ringe bin ich zum Beispiel gar nicht. Das ist für mich Ritter und so. Ich weiß, es ist albern. Das ist natürlich Fantasy, wie es Fantasy ja gar nicht sein kann. Aber ich komm da gar nicht hin. Nee. Nee, seltsamerweise nicht. Also, für mich, ich weiß nicht. Also, wenn jemand sagt, ey, das ist ein Fantasy-Film, dann ist es für mich eher selbstverständlicher, dass das mit Schwertern und Pferden... Ist Game of Thrones Fantasy? Ja. Ja. Fühlt es sich an wie Fantasy? Nein. Aber das macht's ja so gut. Aber das ist halt so das Ding, weil Fantasy ist so ein undefiniertes, großes Genre, weil Star Wars kann auch Fantasy sein. Absolut. Ich hab bei meiner Überlegung, weil du ja gefragt hast, wir sollen mal ein paar Fantasy-Filme nennen, hab ich für mich erst mal versucht, rauszufiltern, Science-Fiction und Fantasy hab ich erst mal getrennt. Weil natürlich ist Science-Fiction in den meisten Fällen auch Fantasy, ne, weil Fiction und Fantasy mehr oder weniger das gleiche Wort ist. Aber, ähm, in meinem Kopf ist Science-Fiction immer... Überall, wo ein Raumschiff drin vorkommt, ist dann, verbinde ich nicht mehr unbedingt mit Fantasy. Viel Technik bist du automatisch irgendwie dazu. Fantasy ist für mich auch eher was Märchenhafteres. Deswegen hatte ich ja Legende auch dabei. Genau, ja. Und dann auch so, es muss jetzt nicht mittelalterlich sein, ja, aber irgendwie, ja, eine Fantasiewelt, es ist superschwer, weil Fantasiewelt kann ich auch wieder Star Wars attestieren. Darf ich ein Beispiel nennen? Mir ist noch eingefallen, Zauberer von Oz. Ja. Das ist für mich Fantasy. Genau. Könnte man auch Musical nennen, aber trotzdem. Aber man kommt ja nicht weiter, indem man nur einen Titel nennt. Du musst ja irgendwie definieren, was die, was macht es, was macht Oz, was Star Wars nicht macht. Gut, im Zweifel würd ich sagen, es ist besonders fantasievoll. Es ist halt besonders kreativ. Es ist besonders weit weg von der normalen Welt. Es funktionieren Dinge, man kann Dinge tun, die man in der normalen Welt nicht tun würde. Das tritt alles auch auf Star Wars. Und ja, deswegen, Star Wars ist ja auch Fantasy. Deswegen war für mich Star Wars immer Fantasy, Star Trek war Science Fiction. So hab ich das früher immer gesehen. Aber ich find's auch schwer, da eine klare Grenze zu ziehen. Ich würd schon, ich bin, glaub ich, bei dir, in Sachen dieser Abgrenzung Sci-Fi und Fantasy. Ich hab, für meinen Begriff, brauch ich nicht unbedingt zwangsläufig einen Drachen und einen Ritter, damit ein Film als Fantasy bezeichnet werden könnte. Deswegen hatte ich halt Legende, okay, der spielt da zwar ein bisschen mit rein, aber ... Aber Legende. Aber okay, nimm mir doch mal, du hast Legende als einen Film genannt. Ja, weil das ist nur ein Gefühl. Das ist nur ein Gefühl, was dieser Film vermittelt, der bei mir ankommt. Ich so, das ist Fantasy. Einhörner, Dämonen, Wichtel ... Dämonen, Eichhörner. 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 Ja. Oh, guckt mal, diese Frau links. Irgendwann noch vor der Zahn-OP. Vor der? Ja. Oh. Ich hab ... Naja, was heißt OP? Das ist ja das Fake. Ich hab eine nette Inhaltsangabe gefunden, warte mal. Ähm ... Ist das Isabella Rossellini? Nein, das ist, ähm, das ist ... Julia Ormond. Nein. Wer ist das? Das ist die schönste Frau der Welt. Mein Gott. Die aus, ähm ... Spiel mir das ... Äh, Quatsch. Das war mal in Amerika. Nein, das ist nicht Jennifer Connelly. Jennifer Connelly ist bei Labyrinth dabei. Den hast du auch genannt, aber das ist nicht Jennifer Connelly. Ich bin leise. Ja. Ähm ... Aber ich kenn die auf jeden Fall auch. Wer ist das? Ah, ich hab's auch nicht. Guck's nach. Guck du deine Sachen an. Ich guck das auch nach. Ich guck das auch nach. Ich guck nach. Ich guck nach. Ich wollte ... Ja, genau. Guck doch einfach nach. Ich wollte nur kurz eine Inhaltsangabe vorlesen, ähm ... Oder beziehungsweise ein Zitat. Ist das, glaub ich, oder? Mia Zahra. Nella Mutis bei Flash Gordon. Mia Zahra. Okay. Mia Zahra. Ähm ... Wie alle von Scotts Filmen visuell beeindruckend und von einer Liebe zum Detail und zu Effekten geprägt, leidet der Film unter der vorhersehbaren Handlung und einem blass bleibenden Hauptdarsteller in Gestalt von Nahwuchs-Mime Tom Cruise. Aber Entschuldigung. Damals fand ich die Idee mit den Spiegeln im Finale richtig, richtig toll. Mag ich bis heute eigentlich noch. Weißt du, worauf ich mich anspiele? Was ich mein? Ist das nicht der ... Also, Tim Curry ist doch der Teufel, ne? Genau. Der der Dämon. Ja. Und der ist in irgendeiner Höhle. Der Herr der Finsternis. Ach so, mit dem Licht, was dann reinkommt. Ja, ja, ja. Und dann baut Tom Cruise, glaub ich, überall so in jedem Gang halt so Spiegel auf. Und dann am Ende zum Finale. Ja, ja, ja. Gehen die ganzen Lichtstrahlen durch dieses Spiegellabyrinth bis tief unten rein, bis zum Bösewicht. Das fand ich eine schöne Idee damals. Aber Legende ist für mich, wenn du mich fragst, was verstehe ich unter einem Fantasy-Film, einer der ganz, ganz weit vorne tippen. Okay, ich dachte, du sagst so, jetzt verstehst du warum. Nein, 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 nein. Genau. Aber das ist halt, ne? Einhörner, Zwerge oder Wichtel oder Gnome oder was weiß ich, Elfen. Alles was völlig absurd und weit abzunehmen. Herr der Finsternis, also so ein gehörnter Tim Curry, der ... Also, wenn es dann eine sprechende Höhle geben würde, würde mich das auch nicht wundern. Genau. Weißt du? Genau, genau. Kommst du in eine Höhle mit dem Mund und sagst irgendwie, guten Tag, schön, dass du da bist. So wie die Schildkröte bei ... Unendliche Geschichte. So, das ist halt eine Welt, wo alles möglich ist. Fantasy ... Aber frei von Technik, oder? Also, ich mein ... Ja, dann sind wir halt ein bisschen im Sci-Fi-Bereich. Aber, guck mal, ähm, Legende. Unendliche Geschichte, Wizard of Oz ... Das sind meine drei, ja. Und Labyrinth hast du genannt. Oder vier, ja. Ja, alles Filme, in denen keine wirklich große Technik vorkommt. Mhm. Ja, der ... Der Labyrinth, wie auch Unendliche Geschichte, spielen sowohl im Hier und Jetzt und verlassen das Hier und Jetzt. Mhm. Zauberer von Oz ist halt ein Film, der ... Wann war das? 60er? 60er? Ja. In 30er-Jahre, Alter. Ach, das ist nachkoloriert, okay. Ja, okay, 30 Jahre. Nee, nicht nachkoloriert, das ist der erste Farbfilm. Der fängt in Schwarz-Weiß an. Aber den haben sie doch noch mal nachkoloriert, oder nicht? Nein, das ist doch diese berühmte Szene. Anfang haben sie in Schwarz-Weiß gedreht. Und in dem Moment, wo sie die Tür öffnet, haben sie drinnen den Raum und sie Schwarz-Weiß angemalt. Weil sie dann mit Farbfilmen aufgenommen wurden. Und dann sind sie nach draußen gegangen, und es ist plötzlich Farbe. Was glaubst du, was das für ein Flash war? Also, ähm, was war deine Frage? Naja, es sind ja schon, also du hast ja schon Filme jetzt vor allem genommen, die eben nicht irgendwie eine Art, ja, in einem modernen Setting irgendwie spielen. Also, ich würd jetzt mal zum Vergleich ... Ah, nee, Eddie hat das auch nicht. Was hast du denn? Hast du einen schönen Kontrast dazu? Ich hab zum Beispiel Highlander genommen. Mhm, ja. Highlander ist für mich ... Das ist auch keine Technik in dem Sinne. Nee, aber er spielt eigentlich mehrfach hier bei uns in der modernen Welt, in der Gegenwart. Und holt dann halt das Mystische, das, ja, den Schwertkampf, das Übernatürliche, holt er in die Gegenwart rein. Und spielt natürlich so einen Großteil auch in der Vergangenheit, wo das vielleicht deutlicher oder leichter zu akzeptieren ist in so einem Setting. Aber ... Aber für mich ist es ein Fantasy-Film ... Weil es ist kein Science-Fiction-Film. Nee. Es ist ein Fantasy-Action-Film. Ja, genau. Ja, aber die Action hat halt einen sehr großen ... Nimmt halt sehr viel Raum ein. Aber das ist für mich so ... Würde ich noch reinzählen. Aber ich hab im Zuge meiner Recherche bin ich über Filme gestolpert, wie zum Beispiel Edward mit den Scherenhänden. Ja. Wär das nicht? Ja, das ist halt ... Da hab ich halt überlegt, wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, ey, kannst du mir mal einen geilen Fantasy-Film empfehlen? Und ich würd dem Edward mit den Scherenhänden empfehlen. Dann glaub ich nicht, dass ich das treffen würde, was er sich vorgestellt hat. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also, das mein ich halt. Weil ich würde dann davon ausgehen, dass diese Person wahrscheinlich irgendwas Märchenhafteres mit Zauberei und Kreaturen und so weiter vorstellt. Und natürlich ist ... Das ist halt das Ding. Nicht jeder Film, der eine Fantasie in einer gewissen Weise hat, ist für mich nicht automatisch ein Fantasy-Film. Das geht ja auch eher um das Fantastische. Ja, und da geht's auch um die Gewichtung. Natürlich ist das ausgedacht, aber dann kannst du ja sagen, dass jeder Film, der auf einer Fiktion basiert, ein Fantasy-Film ist, ja? Und ... Aber was ist das Fantastische? Ich mein, ja, klar, er hat diese Scherenhände. Und es gibt da dieses Schloss. Aber that's about it. Ansonsten ist das eher Desperate Housewives. Es ist ein Film eher, ne ... Na, aber ich hab zum Beispiel ... Ich hab Beetlejuice noch in meiner Liste mit drin. Da ist aber schon wieder viel mehr Fantastisches. Ja, ich hab ein sehr gutes Beispiel. Da ist Zaubereien, da gibt's Kreaturen, da gibt's ... Aber da bist du dann schon wieder fast am Horror-Genre. Ja, das ist ja auch eine Groteske auch so ein bisschen. Aber ich hab mir gleich ein ganz interessantes Beispiel noch, das ist mir grad eingefallen. Der ist total schön viel gut. Oder auch so ein bisschen, wo man nicht genau weiß, aber eigentlich erfüllt dieser Film keine von diesen klassischen Elementen mit verrückten Wesen oder sonst irgendwas oder Ritter oder so. Aber Time Bandits ist schon ein Fantasy-Film. Hab ich ... Hast du? Hab ich in meiner Liste drin. Ach was? Also ich kann mal meine Liste komplett vorlegen. Weil das ist auch schon ein bisschen Sci-Fi. Ein bisschen? Ein bisschen? Ein bisschen, ja. Ich mein, ich mein, es kommen ja ... Später kommt ja ein Düsenjäger und ein Panzer und so weiter. Das ist schon das fantasievollste Bild hier, glaub ich, von dem, was so ein bisschen eher nach Fantasy aussieht. Aber Time Bandits, ja. Ich mein, der geht in die Geschichte. Der hat trotzdem übernatürliche, sag ich mal, Komponenten. Er kämpft ja auch gegen das Böse. Sie sind ja am Ende in diesem, ja, von dieser Spiegelwand eingeschlossenen ... Diesem Spiegelwand eingeschlossenen Schloss. Und sie reisen auf diesem Riesen in diesem Schiff. Ey, das ist eine Geschichte. Das ist eine Geschichte. Also, ey, Time Bandits ist für mich auch ... Das ist ein Fantasy-Film. Der irgendwie schafft, sich durch alle, sag ich mal, Möglichkeiten, wo ein Fantasy-Film fast stattfinden kann, zu spielen. In der Vergangenheit natürlich. Jetzt hab ich mal eine tricky question. Wir haben gesagt, Star Wars eher Science-Fiction, nicht Fantasy. Ich nicht, ich sag ... Du sagst, es ist Fantasy. Ich sag, es ist auch Fantasy, ja. Aber ich würd auch sagen, es ist Fantasy. Es ist ja eigentlich ein Märchen. Wir haben Ritter, wir haben Prinzessinnen, wir haben ... Ich will's nur wissen, weil dann ... Magie, weil wenn, weil Willow ... Willow ist für mich ein Fantasy-Film. Genau. Dann ist aber Star Wars mehr oder weniger auch ein. Und dann frag ich mich, warum du Star Wars nicht nennst. Hm? Magst du Star Wars nicht? Naja, aber auch keiner von euch hat auch Herr der Ringe genannt. Warum hat keiner von euch Herr der Ringe genannt? Ja, aber da bin ich gar nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Ja, weil du dann gesagt hättest, weil du mir gesagt hättest, ja, vielleicht so ein paar Sachen, an die nicht jeder denkt. Das hätt ich zum einen auch gesagt, aber das hast du ja trotzdem gemacht. Nö. Was? Ich hab nur Insider-Tipps. Vor allem die Zäsur, das war super. Okay, pass auf. Ich lass mich kurz meine Liste abhaken. Also, ich hatte Highlander, ich hab Beetlejuice, ich hab Time Bandits. Für mich absolute ... Okay, das ist alles so eine Zeitfläche. Genau. Gibt's da mal was anderes? Ähm ... Früher, oder? Krull. Ja, ja, würd ich auch sagen. Und Krull spielt im All. Also, beziehungsweise ... Wie heißt der mit Harrison Ford? Sardock? Sordak? Nee, das ist Sean Connery. Sean Connery? Sardos. 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 Ist auch Fantasy eigentlich, auch voll des Sci-Fi. Ja, ist auch Fantasy, ja. Aber schon interessant ist fast alle Filme schon ... Weil du hast ja eingangs gefragt, was ist eigentlich mit dem Genre los? Und ich komm auch, auch im Zuge meiner Recherche, wenn ich auf das Ergebnis komme, 80er sehr viel, 90er ein bisschen. Heutzutage ... Wird schwer. Wir hatten Herr der Ringe. Mit Advanced Dungeons & Dragons, jetzt kam wieder mal was raus. Genau. Und ich hab hier so eine Liste bei Wikipedia gefunden. Liste von Fantasy-Filmen der 2020er-Jahre. Ja, und wenn man sich jetzt nur mal das Jahr 2023 anguckt. Wir haben ja auch alle zum Beispiel, ich weiß nicht warum, ob bewusst oder unbewusst, keinen Animationsfilm dazu gepackt. Ja. Wir könnten ja mit dem Animationsfilm deutlich schneller irgendwo in einem Fantasy-Film landen. Das stimmt, ja. Dieses Jahr gab's diesen Nimona zum Beispiel, ja. Shrek. Shrek, genau. Aber das haben wir auch alle nicht genannt, weil ich halt finde, so, ja, ein Animationsfilm ... Ist ein eigenes Genre. Es ist schon wieder, ja, es ist zum einen fast schon ein eigenes Genre, aber es bietet ja auch deutlich mehr Möglichkeiten. Ja, und, und, äh, es ist deutlich leichter anzusiedeln. Wie ich das früher immer auseinandergehalten hab, getrennt hab, so Sci-Fi und irgendwie Sci-Fantasy, ist mir grad aufgefallen. Ähm, ich schau mir eine Folge Star Trek an, Next Generation. Und ich guck mir eine Szene an, ähm, Luke und Leia und Han und Chewie in der Schrottpresse, ja. Und ich guck in diese beiden Welten und dann frag ich mich, wer von den beiden geht wann auf Toilette? Da bist du bei Star Trek. Die haben da irgendwo, du weißt, das fühlt sich so an, die haben da irgendwie so eine Sci-Fi-Toilette und das ist alles cool. Bei Star Trek denkst du so, was ist das für eine bekloppte Frage? Das stellst mir ja eine Frage, ob's da Toiletten gibt. Bei Star Wars meinst du? Bei Star Wars, genau. Bei Star Trek bist du in der Sci-Fi-Geschichte, weil das irgendwie glaubwürdiger ist. Und weil du solche Sachen hinterfragen kannst und sagen kannst, ja, klar haben die ein Klo. Bei Star Wars guckst du raus und denkst so, die brauchen gar kein Klo, das ist Fantasy. Ja, aber du kannst auch direkt in die Müllpresse machen. Ist auch egal. Ist ja schon eine Kloake. Und vor allem ist das da auch sehr flüssig, ne? Aber es ist auch schon ein Fantasy, weil ich mein, dass Luke denkt, dass er diese Müllpresse mit dieser einen Stange da aufhalten ist. Nee, Hahn ist das mit der Spannung. Oder Hahn. Das ist ja schon auch ein bisschen Fantasy. Wenn man sich halt einfach, Barbie, zählen sie zu Fantasy? Ja, wie gesagt, also das Genre ist ein fließender Übergang in zehn andere Genres. Ich find halt, wie gesagt, ich hab auch überlegt, zum Beispiel Army of Darkness. Ist es Fantasy? Ist es Horror-Comedy? Ja, ne? Also, verschwindet, weil es hat auch ganz viele Fantasy. Ich find das ja Fantasy. Ich würd schon fast mehr ins Fantasy-Genre reinpacken als Horror. Weil ich mein, er ist ja auch echt lustig, ne? Ist ne Komödie. Gruselig ist an diesem Film nichts, ja. Und dann mit Rittern und ja, vielleicht der Kettensäge, die es einmal aus der Zukunft in die Vergangenheit geschafft hat. Okay, aber das macht's, gibt dem Ganzen höchstens noch so ne nette Fantasy-Komponente. Ja, oder so einen kleinen, realen Anstrich. Hier bei Krull, wie gesagt, da kommt dieses Raumschiff da am Anfang runter, was halt aussieht wie ein Berg. Er hat dieses Fünf-Klingenschwert so. Liam Neeson taucht noch mal kurz zwischen. Du hast nen Zyklopen, der da irgendwie mitrennt. Also, da ist irgendwie alles drin. Aber ja, den find ich halt echt ziemlich geil. Und weil du einen Film genommen hast, den ich auch instinktiv mit Fantasy verbinde, hab ich noch mal kurz geswitcht. Weil, hab ich mir gedacht, weil ich jetzt grad ne News dazu gelesen habe, Big Trouble in Little China. Ja. Er ist so drüber, das ist Fantasy. Würde ich auch sagen. Action-Fantasy. Geht so in die Richtung Highlander auch. Ja, ne? Ja, genau. Also, er spielt hier, entführt aber in eine mythologische, von Geistern und Magie geprägte Welt. So, hat was Exotisches, hat Monster. Physik gilt hier nicht mehr. Harry Potter ist ja quasi dann auch Fantasy. Ja, natürlich. Na? Aber wär ich auch nicht drauf gekommen, aber es stimmt. Aber Herr der Ringe, Harry Potter und Star Wars sind jetzt für mich so die naheliegendsten, großen Titel, die man halt wirklich problemlos ... Indiana Jones. ... ist hier in der Liste auch drin. Wolltest du auch sagen, ist auch eigentlich ... Ist das schon Fantasy, ne? Aber da hat er halt den Vorteil, dass man da irgendwie so was Eigenes geschaffen hat, eben mit Abenteuerfilmen, ne? Aber der erste Teil würde ich schon ... Also grad nur angesichts des Finales finde ich das schon ... HSV-Aufstieg. Fantasy. Fantasy. Aber das war die ... Hauli-Aufstieg, Sci-Fi? Nö, das ist Dokumentation. Das ist aber auch ungewollt. Ja, gut. So, ja. Big Trouble in Little China. Wär jetzt noch mal ... Guter Pick. Äh, ein typischer Fantasy-Pick. Und du hast jetzt genommen, Eddie. Ähm, Labyrinth hat er auch genommen. Ja? Jennifer Connelly ... Gietet sich an. ... muss gegen den fiesen Kobold-König. Und ich mein, ey, Fantasie, mehr Fantasy geht doch eigentlich gar nicht. Das ist für mich auch, ehrlich gesagt, so wie der Prototyp eines Fantasy-Films. Welcher ist denn das, wo so ein kleines Tier auf so einem Hund reitet? Ist das der? Das ist der. Alles klar. So niedlich. Aber noch niedlicher ist der kleine Wurm in der Wand. In der Wand. Hallo. Und dann war er so, hast du Hallo gesagt? Nein, Hallo. Aber das ist ganz ähnlich. So niedlich. Und noch rein. Genau. Willst du nicht auf den Themen reinkommen? Auf den Themen reinkommen. Sagt der kleine Wurm in der Wand. Ich liebe diese Szene. Ja. Schönen süßer Film. Also den find ich auch. Jim Henson. Ja. Das ist doch seine Regie, ne? War das nicht seine Regiearbeit sogar, Jim Henson? Ja, ja. Kann sein, ja. Wow. Und ich war mal in Frankfurt im Filmmuseum. Oder Frank Ost. Nee, Frank Ost ist es. Frank Ost ist es, glaube ich. Ab wo sehen? Wollen wir uns den Civil War Trailer nochmal angucken? Gucken wir uns gleich an. Ich würde erst nochmal gerne auf Eddys Picks eingehen. Achso, da sind noch mehr. Ja. Nee, ich hab nur einen Film gemacht. Ich dachte. Eddie hat auch die unendliche Geschichte genommen. Ja, weil, müssen wir aber auch sagen, ne? Also, ja, wir sind in einer Welt. Im Begriff hat ein Drachen. Das ist der Imbegriff. Ja. Da ist ja nichts logisch, nichts. Aber es gibt einen Drachen. Ja, einen Hundedrachen. Mit Fell. Eigentlich ist das ein Hund, wenn man ganz ehrlich ist. Mit Schuppen. Mit Schuppen. Aber ja, den muss ich auch mal wieder gucken. Wenn er ihm da hinter den Ohren krault. Den gucken wir, glaube ich, mit meinem Sohn mal jetzt über die Feiertage an. Ab wie viel ist der? Ab sechs? Sechs, meine ich, ja. Je nachdem, auf welcher Plattform du guckst. Der hat allerdings ... Also, die Nummer mit dem Pferd würde ich mit meinem Neffen nicht antworten. Auch mit Gmork. Ja, wenn er sich dem Handlanger vom Nichts gegenüberstellt, der da in der Höhle ist. Ja, der Morg. Gmork. Gmork? Gmork. So heißt der Wolf? Ja. Und das Ding ist halt, der hat halt generell eine sehr düstere, bedrohliche Stimmung, weil dieses Nichts, was das Land vernichtet, das liegt ja wirklich von Anfang bis Ende über dem Film von der ersten bis zur letzten Szene, ist der schon ... Und der hat wenig Humor, ist mir aufgefallen. Das ist eher ein Drama fast schon. Also, ist wirklich ... Heutzutage, wenn das ein Disney-Film wäre, da wären mindestens 20 Comic-Reliefs und Jokes drin. Hundert Prozent. Und der Film kommt mehr oder weniger ohne Humor. Also, es gibt wirklich ... Du hast halt am Anfang diesen Steinbeißer und den Typ da ... Das sind so die Einzigen, die so ein bisschen Entspannung bringen. Und auch das Ehepaar. Das Ehepaar, genau. Ja, das ist der einzige Gag. Aber auch das ist ja auch jetzt nicht so, wo du als Kind dich kaputt lachst. Nee, vor allem, weil du ja weißt, es hängt ja was ab davon, dass er da durchkommt. Heutzutage hätte der halt noch einen kleinen Vogel, der ihm auf der Schulter sitzt und lustige Sprüche kriegen. Kennst du schon den lustigen Witz dazu? Ja, oder der gegen eine Wand läuft oder sowas. Ja, aber das hilft total dem Vibe des Filmes, weil es eigentlich, wie du gesagt hast, die ganze Zeit um diese Bedrohung geht. Ja, und um Einsamkeit. Weil das irgendwie, ich konnte das auch als Kind immer verstehen, das Nichts. Das ist so wie das Weltall ohne Sterne und das saugt alles auf und danach ist da halt nichts mehr. Und dann ist halt nichts. Ich fand das ziemlich cool. Und der spielt das ziemlich schön aus. Ja. Die ganzen Filme über, dass es eher so um die Bedrohung geht. Und dann hast du einen Film genommen, wie gesagt, den hatte ich halt auch instinktiv, Conan der Barbar. Ah ja. Weil, also ... Wo ist da logisch? Was ist, gibt's da Logik? Ja, ich weiß. Ist das logisch? Ist das hier logisch? Das ist eigentlich ein Schenkel. Das ist die Fantasy des Films. Schenkelklopfer. Guck dir das an, ey. Was ist das für ein Trizeps, Junge? Ja. Arnold. Überleg mal, wie der fünf Jahre davor noch ausgesehen hat. Wie übertrieben aufgepumpt er war. Ja. Das ist ja noch fit. Aber du hast hier Riesenschlangen, du hast ein bisschen Magie, du hast Schwertkampf. Fantasy. 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 Ja, Fantasy. Ja, Barbaren-Fantasy, wenn du so willst. Aber ja, Fantasy. Aber für mich absolut naheliegend. Dann hast du einen Film genommen, bei dem hab ich absolut damit gerechnet, dass du den nimmst. Die Braut des Prinzen. Ja. Ich weiß, ihr findet den nicht so geil. Ich liebe den. Ja, aber ich mein, da gibt's ja diese Riesenratter da auch, glaub ich, ne? Also, du hast ja auch so ein bisschen Monster mit drin. Du hast, ja, die Prinzessin, die gerettet werden muss. Ist ja eigentlich ein Märchen. Ist ein Märchen. Ja. Aber in einer fantasievollen Welt, die auch nicht so wirklich der Realität entspricht. Ja. Ohne Strom, ohne Nexistilität. Äh, Märchenfilm. Äh, Wasser. Äh, heißes Wasser. Ja. Aber ey, ich kann's absolut nachvollziehen. Und erkennt ihr sie? Natürlich. Ja. Ist das nicht, äh, die Freundin von... Kevin Spacey in House of Cards. Ist das nicht die Freundin von Forrest Gump? Ja. Ja. Robin Wright. Damals hieß sie noch Wright, bevor sie, da war sie noch nicht Penn. Damals hieß sie Robin Wright. Dann hieß sie Robin Wright Penn. Robin Wright Penn, jetzt heißt sie wieder Robin Wright. Ja. Ja. Ja, Braut des Prinzen, find ich absolut nachvollziehbar. Und dann hast du aber noch mal einen Film genommen, wo ich gedacht hab, okay, der Film, ich... Ja, der ist mir schon fast ne Spur zu realistisch. What? Ja, fast. Vollhaber. Excalibur. Ach komm, das ist auch purer... Es ist die Atos-Sage. Ich wollt grad sagen. Es ist die Atos-Sage. Aber das ist doch Fantasy. Das geht doch gar nicht. Ich wollt grad sagen, mehr Fantasy geht nicht. Ich weiß, ich weiß. Und trotzdem mutet dieser Film meiner Ansicht nach immer noch irgendwie so knallhart realistisch an. Ja, weil er blutig ist. Aber trotzdem hast du da Hexen im Wald und kleine böse Jungen, die Leute an Bäumen aufknüpfen. Ich war heiß. Daniel, weißt du das nicht? Aber der ganze Anstrich des Films, auch wie die Schlachten inszeniert sind oder wie die Schwertkämpfe inszeniert sind. Ich mein, bei Arnold, als Conan, ja, da weißt du, wenn der zuhaut, zerteilt der Typ in zwei Hälften. Aber hier spritzt das Blut auf die Silberne Rüstung den ganzen Tag. Das weiß ich. Aber genau das ist ja dieser realistische Anspruch, den ich weiß. Aber du hast ein Zauberer. So, damit ist das für mich schon ein Fantasy-Film. Und ich finde, ja, das ist halt so ein bisschen wie Game of Thrones, wo die Fantasy-Elemente etwas subtiler sind und jetzt nicht allgegenwärtig. Aber für mich ist das auch so ein Prototyp. Übrigens auch wieder 80s, ne? Also wir sind, was hab ich gesagt? Labyrinth-80s, Unendliche Geschichte-80s, Conan-80s, Excalibur-80s, Frau des Prinzen-80s. Ja, es wird, ähm, es ist schwierig, irgendwie heutzutage mal so einen Film zu finden, der, ja, wieder so ist wie Dungeons & Dragons. Aber ich frag mich gerade, Caprona, das vergessene Land. Ja. Ist für mich ein Abenteuer-Film. Welcher ist das? Caprona, das vergessene Land? Echt gar nicht. Ist es nicht Fantasy? Ist es zu viel Saurier? Ist es zu viel Saurier? Ich würd's schon eher als Abenteuer, weil es geht um ne Expedition. Sie wollen dieses Land ja finden. Natürlich. Nee, sie finden's nicht. Wir wissen ja, wir haben's ja mittlerweile schon eruiert. Du kannst ja an jedes Genre den Begriff Fantasy noch dran klatschen. Du hast Action-Fantasy, du hast Sci-Fi-Fantasy, du hast Western-Fantasy von mir aus oder keine Ahnung was. So. Und es ist schwieriger zu definieren als zum Beispiel ein Western meiner Ansicht nach. Deshalb stellt euch einfach vor, jemand fragt euch und sagt, ey, ich hab so ein Fantasy-Film gesehen, Herr der Ringe, kennst du? Ja, schon mal gehört. Hast du was, was in der Richtung, was du mir empfehlen kannst oder so, ne? Ja. Und dann überleg, ob dein Pick dem passen würde. Ja, das stimmt. Oder ob du nicht sagst, ey, wie wär's mit etwas modernerer Fantasy? Zum Beispiel. Aber so dieses klassische Ding, was wir, sag ich mal, auch mit Herr der Ringe verbinden, ist Mangelware geworden. Ja, stimmt. Schade. Aber das sind ja auch immer Phasen, ne? So wie wir irgendwann sagen würden, guck mal, überleg mal, 2010 bis 2020, das war diese Vater-Old-Daddy-Revenge-Phase. Wo wir diese ganzen, das ist so, genauso blicken wir heute zurück in die 80er und sagen, das ist für Action-Fantasy-Cy-Five. Oder als Scott mit Gladiator, sag ich mal, das Sandalen-Genre nochmal belebt hat. Was ist denn mit Fluch der Karibik? Das ist auch Fantasy. Und wenn Fluch der Karibik, was mit Goonies? Welcher Teil? Welcher Teil? Das ist die Frage. Ist Goonies Fantasy? Hat er so viel Übernatürliches, Fantasievolles? Hat er Monster? Das soll alles Realistisch sein. Aber es ist alles ja eigentlich in unserer Welt. Das Schiff und diese Fallen da und so. Ja, aber das wäre für mich schon fast Abenteuer. Das ist ja kein Geist, der irgendwo anzieht. Ja, ja, nee, aber ich hab auch überlegt, wäre Goonies, würde der da für mich reinfallen. Also pass auf, hätten sie den Oktopus drin gelassen, dann wäre ich verführt, Fantasy zu machen. Könnte man sagen. Könnte man vielleicht noch. Aber man sieht, es ist teilweise nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Aber vielleicht habt ihr ja noch ein paar Tipps. Also vielleicht haut mal raus, was vielleicht so eurer Definition von Fantasy entspricht. Und wenn es da einen Geheimtipp gibt, ey, ansonsten hoffen wir, dass ihr uns wohlgesonnen bleibt. Habt eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Falls ihr uns nicht mehr sehen sollt, schöne Feiertage. Aber seid gewiss, wir nehmen nächste Woche noch ein zweifaches oder beziehungsweise ein doppeltes Jahresendspecial auf. Mit einer bunten Besetzung. Und ich glaube, wir kommen noch einmal am 21. für eine kurze Folge wieder. Ansonsten am Wochenende gibt es ein kleines Item. Und ja, rund um Weihnachten versuchen wir euch so gut es geht zu versorgen. Vielen Dank, Eddie. Vielen Dank, Andi. Gerne. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Auch nochmal Danke an den Supporters Club. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wicked. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kino plus. Untertitelung des ZDF, 2020